Herzlich willkommen zur Lage der Nation, neue Woche, neue Ausgabe mit der Nummer 149 vom 20. Juli 2019. Wie immer, eigentlich wie immer, wirklich wie immer, keine Floskel, wie immer, ich dabei, Philipp Banse und mir gegenüber sitzt. Ja, ich bin Ulf Burmeier, herzlich willkommen auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. In diesem Fall nochmal ganz kurz zur Erläuterung, Philipp und ich kehren an dieser Stelle einmal pro Woche die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammen, soweit wir sie für relevant und spannend halten und ganz wichtig, sagen wir dieses Mal nochmal am Anfang, es gibt auch quasi einen Rückkanal, wir machen diesen Podcast, aber wir freuen uns auf eure Kommentare unter lagedernation.org könnt ihr eure Meinung zur Sendung sagen und wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Gut, alle so zwei Monate im Schnitt treten wir auch mal live auf, demnächst in Hamburg am 31.8., um genau zu sein. Die Tickets gehen ordentlich weg, drei Viertel, glaube ich, sind weg. In einer Woche. In einer Woche und wenn ihr noch welche haben wollt, dann greift jetzt zu unter lage.live, Link findet ihr auch in den Shownotes. Genau, damit kommen wir zu unserem Überblick über die Themen dieser Ausgabe. Ursula von der Leyen ist zur Kommissionspräsidentin gewählt worden, noch nicht im Amt. Das wird erst im Herbst passieren. Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, ist auch Verteidigungsministerin. Das Bundeskabinett hat eine Impfpflicht gegen Masern beschlossen und am Schluss ein ausführlicher Blog zum Thema Donald Trumps rassistische Tweets und vor allem rassistische Vorurteile. Da sind wir auch nicht ganz frei davon. Philipp und Ulf bekennen sich da auch, wie soll ich sagen, schuldig und wackelig und wir wollen darüber mit euch ins Gespräch kommen. Dazu gleich mehr nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung Du hörst Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, gespielt vom Horn. Ein Orchester ist keine One-Man-Show. Strategieberatung auch nicht. Die Boston Consulting Group setzt auf vielfältige Teams. Und wer uns noch fehlt, bist du. Bewirb dich unter einstieg.bcg.de Welcome to the group. Werbung Da sind wir wieder mit unserem ersten Thema in dieser Woche. Die Zahl der Freude für Ursula von der Leyen lautet 383. So viele der Abgeordneten des Europaparlaments stimmten am Dienstagabend für sie und haben sie damit zur nächsten Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt. 383 von 747. Das war knapp. Das sind mal gerade neun über den Durst. Aber man muss sagen, Ursula von der Leyen hat vermutlich das Parlament auf den letzten Metern noch für sich gewinnen können. Den Eindruck kann man haben, ja. Also sie hat da eine gut halbstständige Rede gehalten. Ich habe mir die auch mal angeguckt und war auch, sagen wir mal, überrascht, wie engagiert sie ist. Okay, das ist das eine. Aber wie viel konkrete Vorschläge sie dann doch gemacht hat. Die müsste man, kann man mal so ein bisschen stichwortartig schon mal skizzieren. Also sie hat versprochen, dem Parlament ein Initiativrecht, sagen wir mal, zumindest informell zuzugestehen. Also wenn das Parlament sich für ein Gesetzesvorhaben ausspricht, dann hat sie sich verpflichtet, das auch umzusetzen. Sie sagt, in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will sie ein Klimagesetz vorschlagen, mit dem die EU dann bis 2050, also in den nächsten 30 Jahren, der erste klimaneutrale Kontinent wird. Also der, wenn er zwar noch CO2 ausstößt, das dann aber wieder kompensiert und unterm Strich bei Null rauskommt. Den Schadstoffausstoß der Union will sie bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens die Hälfte reduzieren. Das ist nicht so viel. Das Parlament hat sich für 55 Prozent schon ausgesprochen. Was total fehlt unter diesem Klimaaspekt ist die Agrarpolitik. Da lässt sich auch sehr viel CO2 sparen. Da hat sie gar nichts zuzugesagt und steht auch in ihrem kleinen Heftchen, was sie rausgegeben hat, nichts zu drin. Rechtsstaatlichkeit, hat sie gesagt, beim EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 sollen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit mit Subventionskürzungen geahndet werden. Das allerdings müssten die Mitgliedstaaten einstimmig beschließen. Die Kommission kann da nur appellieren. Beim Thema Soziales sagt sie, Mindestlohn soll in jedem EU-Staat gelten. Bisher haben 22 der 28 EU-Staaten ein Mindestlohnproblem. Auch hier den Mindestlohn bestimmen die EU-Staaten in der Regel national selber. Völlig ohne die Kommission, wie sie das durchsetzen will, das ist ihr Geheimnis bisher. Ja, da könnte sie natürlich versuchen, eine Richtlinie oder eine Verordnung durchzusetzen. Das ist ja quasi das zentrale Instrument der EU-Kommission, dass man Vorschläge für die Gesetzgebung macht. Aber klar, dazu bräuchte sie dann natürlich wieder Mehrheiten, sowohl im Rat, also bei den Regierungen, als auch im Parlament. Dann hat sie gesagt, will sie eine europäische Arbeitslosenrückversicherung einführen. Also das habe ich so verstanden, dass es halt nicht darum geht, eine Arbeitslosenversicherung auf europäischer Ebene einzuführen, sondern eben eine Rückversicherung für die nationalen Arbeitslosenversicherungen. So, um da ein bisschen quasi auch Solidarität in der EU reinzubringen. Ja, da sollte man vielleicht einen Satz dazu sagen, was damit gemeint ist. Also eine Rückversicherung ist normalerweise eine Versicherung, die die Versicherungsgesellschaften abschließen, um das Risiko auf breitere Schultern zu verteilen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt... Um sich selber zu versichern. Genau, wenn ich jetzt Allianz oder Hocobo oder wie sie alle heißen, wenn ich an dieser Versicherung bin und mit einem Großschadensfall konfrontiert bin, wo sehr viele meiner VersicherungsnehmerInnen Geld von mir bekommen, dann kann das möglicherweise ein Liquiditätsproblem auslösen. Deswegen versichern sich Versicherungen quasi selber wiederum und ein großer Player in dem Markt ist die Münchner Rückkehr, Munich Re heißt sie neuerdings. Und da gibt es aber noch ein paar andere. Genau, und sowas ähnliches plant sie jetzt, weil sie nämlich sagt, dass sich Deutschland vor etwa zehn Jahren nach der wirtschaftlichen Depression so schnell wieder erholt hat. Das lag daran, dass man Kündigungen in der Wirtschaftskrise möglichst verhindert hat. Also das hat sie im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ein bisschen ausgeführt. Da sagt sie, naja, wir haben es halt geschafft mit Kurzarbeit oder mit so quasi Subventionen wie dieser Prämie für Autoverschrottung damals und so. Haben wir es irgendwie geschafft, die Industrie so halbwegs am Laufen zu halten, auf Sparflamme mit sehr viel staatlichen Mitteln. Und dadurch konnte dann Deutschland im Aufschwung sehr schnell wieder liefern, wenn man nicht erst Leute einstellen musste. Und sowas ähnliches stellt sie sich europaweit vor. Dass also quasi die Arbeitslosenversicherungen besser finanziert werden, um in der Krise die Menschen besser quasi über Wasser halten zu können, irgendwie so in die Richtung scheint das zu gehen. Also genauer hat sie das auch noch nicht gesagt, aber das ist so die Grundidee, eine Art europäische Solidarität für die nationalen Sozialversicherungszahlen. Und Kurzarbeit heißt doch, die Leute arbeiten kürzer, werden von dem Unternehmen weniger bezahlt und die Differenz zahlt der Staat. Ja, also so ganz grob ist es so, jedenfalls gibt es quasi staatliche Zuschüsse dafür. Das Unternehmen zahlt wesentlich weniger und die Leute verdienen schon auch meines Wissens etwas weniger, aber es gibt eben auch eine Subvention. Also die Idee ist grundsätzlich eine Art europäische Solidarität einzuführen bei den Sozialversicherungen. Genauer oder präziser ist das auch noch nicht. Genau, dann hat sie gesagt, sie will sich für einen neuen Pakt für Migration und Asyl einsetzen. Das ist ja ein Riesenthema. Allerdings, wie genau sie das machen will, dazu hat sie keine Angaben gemacht. Dann hat sie sich zum Spitzenkandidatenprinzip geäußert. Da haben wir ja letzte Folge ausführlich darüber gesprochen. Da hat sie versprochen, dass bis ihr Nachfolger gewählt wird, also in fünf Jahren 2024. Da will sie das Spitzenkandidatenprinzip verbessern. Sie will eine Konferenz für die Zukunft Europas, sagt sie, einberufen im nächsten Jahr und die soll dann Gesetze und andere Vorschläge machen, an die sich die Kommission dann halten will. Sie hat noch zwei, drei Versprechen gemacht, auf die sie überhaupt keinen Einfluss hat. Also das Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen in der Außenpolitik, das will sie einführen. Also dass Entscheidungen in der Außenpolitik eben mit einer einfachen Mehrheit geschlossen werden können. Einfach ja nicht, mit der doppelqualifizierten Mehrheit schon, aber eben nicht mehr einstimmig. Das wäre die Not. Nicht mehr einstimmig. Ist das so? Ja. Also nur einfache Mehrheit gibt es ja auf der europäischen Ebene eigentlich nicht. Es gibt ja immer die Mehrheit sowohl der Staaten als auch der Bevölkerungsanzahl. Aber auch das müsste, glaube ich, das müssten ja die, weil das in den Verträgen geregelt ist, das müssen ja die Mitgliedstaaten machen. Auch will sie Gewalt gegen Frauen in das EU-Straftatenverzeichnis aufnehmen lassen. Auch das, glaube ich, ist Sache der Mitgliedstaaten. Da habe ich ehrlich gesagt geschluckt, als ich das las, denn ehrlich gesagt, ich kenne überhaupt kein EU-Straftatenverzeichnis. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein Fall von journalistischem Missverständnis. Da haben wahrscheinlich fünf Leute immer wieder voneinander abgeschrieben. Und was das wirklich bedeutet, ist dabei unklar. Es gibt da zum Beispiel ein Verzeichnis im Bereich des europäischen Haftbefehls. Da gibt es, man kann also jetzt einen europäischen Haftbefehl nicht wegen jeder beliebigen Straftat beantragen, sondern eben nur wegen einer bestimmten Positivliste. Insofern, vielleicht ist das gemeint. Aber jedenfalls da würde ich aus juristischer Perspektive sagen, ist so ein bisschen unklar, was da hinten die Idee ist. Also auf der offiziellen, ist das glaube ich Transkription der Rede, auf der Seite der Europäischen Kommission ist das in der deutschen Fassung, steht das so. Das gesprochene Wort ist da so übersetzt. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem generell ja bei Ursula von der Leyen, das hatten wir ja auch schon vor ihrer Wahl diskutiert, dass sie halt zu vielem so ein bisschen was gesagt hat, aber es häufig nicht so wahnsinnig in die Tiefe ging. Und das könnte, vielleicht ist diesmal auch kein journalistischer Fehler, sondern quasi von der Leyen's Buzzword-Bingo. Dass sie halt einfach gesagt hat, oh ja, sollte man auch mal was zu sagen, Gewalt gegen Frauen ist böse, ohne sich genau Gedanken zu machen, was es da eigentlich gibt. Aber das sind so glaube ich die Kernpunkte, zu denen sie sich geäußert hat. Ich meine, sie hat eine halbe Stunde gesprochen, sie kann ja jetzt auch nicht in jedes Detail gehen. Sie hat aber so ein Büchlein auch rausgebracht mit ihren Leitlinien, da steht auch noch ein bisschen was drin, was sie innerhalb von zwei Wochen erarbeitet hat. Aber ich glaube, das sind so die Kernpunkte, für die sie sich inhaltlich erstmal bekannt hat. Die Wahl war geheim, aber trotzdem weiß man so ungefähr, wer für sie und wer gegen sie gestimmt hat. Ja genau, weil es nämlich hinterher ganz viele Leute gab, die den Finger gehoben haben, gesagt haben, ich habe so oder so abgestimmt. Also viele Sozialdemokraten aus Europa zum Beispiel haben für sie gestimmt, aber nicht die 16 Europaabgeordneten der SPD. Die Liberalen, relativ überraschend, wir hatten noch gesagt, Christian Lindner sagt, wir wissen nicht, was wir tun in der Abstimmung dann. In der Abstimmung dann allerdings haben sich die Liberalen wohl jedenfalls mehrheitlich für sie ausgesprochen. Die EVP, die Europäische Volkspartei, war sowieso für sie, das ist ja quasi ihre Heimatpartei. Aber, und damit hat sich genau das realisiert, was wir auch so schon ein bisschen orakelt hatten, zum Beispiel auch die Stimmen der rechtsnationalistischen PiS-Partei aus Polen, wurden wohl jedenfalls in der Mehrzahl für Ursula von der Leyen abgegeben. Ich meine, die SPD, also die deutschen SPD-Abgeordneten der Fraktionen, haben sich offensichtlich gegen sie ausgesprochen, nach allem was man weiß, und haben dafür ordentlich Prügel bekommen, zu Recht? Ja, das muss man sehen, also sowohl von vielen Kommentaren in den Medien, als auch natürlich von der Union, wurde die SPD ziemlich abgestraft für diese Haltung. Also ich würde mal sagen, taktisch ist es natürlich wahnsinnig dämlich, hier aus der Rückschau. Die Kaffeemaschine hier im Hintergrund. Ah, so ist das hier, Luxus beim Philipp. Also taktisch ist es natürlich jetzt ziemlich dumm gelaufen, wenn man sich gegen eine Kandidatin ausspricht, gegen sie mobilisiert und die dann doch gewählt wird, dann steht man immer so ein bisschen doof da. Ich finde ehrlich gesagt nach wie vor aber, dass die SPD-Abgeordneten durchaus Argumente haben, weil sie eben keine Spitzenkandidatin war. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist es den SPD-Abgeordneten ja auch nicht gelungen, eine Mehrheit für Franz Timmermans, also den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten, aus den Niederlanden zu mobilisieren oder mit anderen Parteien zusammen, Parteienfamilien im EP zusammen, eine Mehrheit zum Beispiel für Margarete Wester zu organisieren. Also insofern, ja, also ich kann die Kritik verstehen, die ist auch nicht, die richtet sich ja weniger gegen die Person, Ursula von der Leyen, als gegen das Prinzip ohne Spitzenkandidatin. Ja, also da haben wir uns ja letzte Woche auch relativ klar positioniert, auch ich habe gesagt, wie Parlament musste eigentlich ablehnen aus diesen prinzipiellen Gründen, jetzt so nach ihrer Rede und nach allem, was man so gesehen und gehört hat und auch dieses Argument finde ich auch nicht ganz unzutreffend. Und wenn das Parlament jetzt nochmal sozusagen sich auf die Reise gemacht hätte nach der Suche, dann wären Monate vergangen, bevor da was rausgekommen wäre. Und ich weiß nicht, ob Europa so gut dargestellt hätte, ob das so ein bisschen, weißt du, ob das Image, ob die Handlungsfähigkeit so gewährleistet gewesen wäre. Na, also natürlich. Bis zum 1. November ist aber der Amtierende ja noch im Amt. Genau, ein bisschen Zeit wäre schon noch gewesen. Es ist einfach schwer zu sagen, ob diese Mehrheit für Margrethe Vester im Rat im zweiten Durchgang zu Ringen gewesen wäre. Man kann das letztlich, glaube ich, man kann sagen, das EP steht bei dem ganzen Prozedere jetzt nicht so wahnsinnig gut da. Sie haben de facto, so wie es jetzt gelaufen ist, erst haben sie keine Mehrheit für eine der drei Spitzenkandidierenden Personen gefunden und dann haben sie jetzt eine gewählt, die eben nicht zu dieser kleinen Gruppe gehört. Da muss ich sagen, da hat das EP in diesem Institutionen-Gerangel mit dem Europäischen Rat und dem Parlament. Da hat es jetzt letztlich eindeutig den Kürzeren gezogen. Das ist insofern keine Sternstunde für die europäische Demokratie oder für den Parlamentarismus, insbesondere auf europäischer Ebene. Auf der anderen Seite denke ich, was soll's, Philipp, jetzt muss man nach vorne blicken. Und jetzt, glaube ich, wird es die Aufgabe des EP sein, sehr genau hinzuschauen, wer denn da jetzt eigentlich als Kommissarin und Kommissar nominiert wird. Ursula von der Leyen ist ja nun die Kommissionspräsidentin, die gewählte, die eben zum 1.11. ihr neues Amt antritt. Aber jetzt kommt ja im nächsten Schritt die Nominierungsphase, also wo die Mitgliedstaaten jeweils jemanden nach Brüssel entsenden als Kommissarin oder Kommissar. Und Ursula von der Leyen wird also jetzt die schwierige Aufgabe haben, Ressorts zuzuschneiden. Also für alle diese Menschen, die da aus den Mitgliedstaaten benannt werden, irgendwelche Ressorts zu finden, was natürlich bei 28 Mitgliedstaaten auch nicht einfach ist. Dass man da wirklich jedem überhaupt noch irgendwas gibt, was da eine gewisse Relevanz hat und was sich nicht zu sehr überschneidet mit den Ressorts anderer. Und dann hat man natürlich noch das Problem, wer kommt da so? Genau, aber die müssen ja auch abgenickt werden vom Parlament. Und außerdem hat sie schon gesagt, dass sie auch einen Männer-Frauen-Proporz herstellen will. Also dass sie da auch Leute ablehnt, gegebenenfalls. Also das ist auch das Einzige, was sie bislang gesagt hat. Sie hat also dieses Interview in der Süddeutschen, packen wir in die Show Notes, das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil sie da zu ganz vielen Politikthemen oder schon gefragt worden ist. Man muss sehen, in ganz vielen Bereichen bleibt sie extrem schwammig, ganz klar. Sie sagt ja ausdrücklich keine Versprechen und Gegenleistungen. Für die osteuropäischen Länder, also das war ja so ein bisschen die Frage, wenn sie sich von der polnischen Peace zum Beispiel wählen lassen muss und ihre Stimmen braucht, hat es vorher Absprachen gegeben. So nach dem Motto, ihr wählt mich, aber dafür kriegt ihr Posten 1, 2, 3 oder Subvention 3, 4, 5. Genau, das soll es jetzt nicht gegeben haben, sagt sie. Aber man kann in diesem Interview eben nachlesen, dass sie bei der Rechtsstaatlichkeit schon ganz deutliche Abstriche macht. Sie wirbt jetzt um Verständnis zum Beispiel dafür, dass sich Polen ja genauso wie Ungarn kategorisch weigert, im Rahmen der europäischen Verteilung von Migrantinnen und Migranten mitzumachen. Polen sagt einfach, nö, machen wir nicht, wir nehmen hier gar niemanden. Und da wirbt Ursula von der Leyen um Verständnis, weil sie sagt, naja, man muss das ja auch mal so sehen, die Polen haben ja schon Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Ja, gibt es aber auch andere Leute, die da ein bisschen zu Pragmatismus anregen. Also dieser Mensch, der dieses Flüchtlingsabkommen mit der Türkei mit ausbaldowert hat, der hat ja jetzt so ein Politikberatungsinstitut und der hat auch gesagt, wir brauchen da Pragmatismus. Wenn die nicht wollen und wenn wir das halt nicht gleich verkatert kriegen, dann müssen sich halt die zusammentun, die es wollen und können und vorangehen und mit gutem Beispiel die Prinzipien hochhalten und das tun, was möglich ist. Ja, aber wie gesagt, das beides schließt sich ja nicht aus, zu sagen, wir schaffen quasi eine Koalition der Willigen für eine faire Verteilung von Geflüchteten, um zum Beispiel auch Italien nicht zu überlasten. Das natürlich als Land mit großer Mittelmeerküste natürlich von sehr vielen Flüchtlingen zunächst mal aufgesucht wird. Um Italien nicht so ein bisschen zu entlasten, macht es natürlich Sinn, so eine Koalition der Willigen von roundabout zehn Staaten zu schaffen, die eben sagen, wir nehmen Leute auf. Auf der anderen Seite bedeutet das aber ja nicht unbedingt, dass man den Druck von Polen und Ungarn nehmen muss, sich hier auch solidarisch zu zeigen und also auf mich wirkte das so, als wenn sie da schon einen Kuschelkurs anstrebt. Auf der anderen Seite muss man immer zugestehen, wie gesagt, wir waren ja gerade bei der Überschrift Kommission muss noch besetzt werden, deswegen kann dieses Kuscheln gegenüber Warschau natürlich auch taktisch motiviert sein, denn im Zweifel braucht sie die Stimmen der PiS noch, um ihre Kommissarinnen und Kommissare bestätigt zu bekommen. Also insofern, ich würde auch sagen, ist ein spannendes Interview, aber es ist eben auch extrem diplomatisch und der Hintergrund ist, denke ich, dass jetzt der nächste, wirklich die nächste große Hürde erst noch kommt. Was von Ursula von der Leyen wirklich zu halten ist, das werden wir sehen, wenn die Kommission bestätigt ist, wenn die alle im Amt sind, ab November werden die Karten neu gemischt. Ich denke, Anfang kommenden Jahres ist Zeit für eine erste Zwischenbetreuung. Genau, interessant ist ja, dass sie einen Tag nach dem Brexit, der auf den 31. Oktober jetzt datiert ist, ihr Amt übernimmt. Also da müssen wir mal abwarten, was daraus wird. Ich glaube ja nicht, dass der kommt, aber das machen wir jetzt nicht auch. Also vielleicht nochmal ganz kurz Fazit dieser Wahl. EP hat sich selbst geschwächt, haben wir gerade gesagt, erst keine Person gefunden, hinter der es sich vereinen könnte und dann eben letztlich mit der Wahl von Ursula von der Leyen das Prinzip der Spitzenkandidaten de facto erstmal ad acta gelegt. Dann ist sie aber, denke ich, zweifelsohne, es ist gut, dass es eine Frau ist. Sie ist definitiv erste Frau überhaupt in dem Amt. Und auch natürlich interessant, dass in Europa durchaus jetzt auch speziell in Deutschland Frauen da wirklich eine entscheidende Rolle spielen an vielen Schlüsselfunktionen. Dann, dass sie eine überzeugte Europäerin ist. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Ja, sie hat ihre Rede ja auch teilweise auf Englisch und Französisch gehalten. Spricht beides wohl ziemlich gut. Also da, glaube ich, muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das, was sie angekündigt hat, finde ich, da sind substanziell gute Sachen dabei. Es ist erfreulich, dass es so recht konkret war. Viele Sachen sind noch offen und schwammig. Zu einigen hat sie gar nichts gesagt. Agrarsubventionen, Agrarreform etc. Aber ich denke, als Staat war das schon mal ganz okay. Ich denke, der Schlüsselpunkt ist die Rechtsstaatlichkeit, wo man sie dran messen werden muss. Da wird es total spannend. Und da sehe ich jetzt auch die große Verantwortung des Parlaments, einfach Druck zu machen. Da darf jetzt das Parlament sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das Parlament, das ja in der Tendenz immer für mehr Bürgerrechte steht als der Rat interessanterweise und die Kommission. Und das Parlament, denke ich, hat hier jetzt eine große Verantwortung, auch die Rechte der Menschen in Polen und Ungarn insbesondere zu stärken. Wenn deren eigene Regierungen das nicht tun, dann ist eben die europäische Ebene am Zug. Das, glaube ich, wird eine spannende Frage, ob das so klappt. Gut. Ja, aber mit dieser Wahl von Ursula von der Leyen, Philipp, ist natürlich eine Lücke in Berlin entstanden. Absolut. Ursula von der Leyen war ja Ministerin der Verteidigung und der Posten wurde frei. Und alle haben sich gefragt, naja, wenn der jetzt frei wird, was passiert denn dann? Gibt es irgendwie eine große Umbildung? Herr Spahn wird Verteidigungsminister, wer wird dann Gesundheitsminister beziehungsweise Gesundheitsministerin? Und dann, tra tra, alle haben gerätselt, viele haben mit Jens Spahn gerechnet und auf einmal war es dann doch Annegret Kramp-Karrenbauer, die verkündet in der Vorstandssitzung der CDU, dass sie doch diesen Posten übernimmt, weil die Soldaten und Soldatinnen verdient hätten, dass das eine Chefsache ist. Chefwende CDU sei sie, CDU und Bundeswehr, das sei immer eine sehr enge Verbindung gewesen und deswegen mache sie den jetzt, den Job. Und da waren doch alle oder viele zumindest nach dem, was man so liest, durchaus überrascht. Aber Merkel und auch Herr Söder, der quasi Fraktionschef der CSU im Bundestag, die hatten das wohl vorher aus Baldurwart stillschweig vereinbart. Und dann kam das halt dann für alle doch recht überraschend raus, wo einige Agenturen, Presseagenturen schon spekulierten und darüber auch öffentlich schrieben, dass Jens Spahn das wohl machen werde. Ja, ganz lustig, der Fokus, ja, Slogan traditionell, Fakten, 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 hat sogar eine Eilnachricht rausgehauen, Spahn wird Verteidigungsminister. Und damit lag der Fokus übelst daneben. Ja, also was ist davon jetzt zu halten? AKK bleibt zunächst mal CDU-Vorsitzende. Ein Monsterjob muss man sagen, also die ist CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin. Also ich habe, ich kenne fünf Leute, die werden von einem Job schon überfordert. Ja, und ich meine, ich habe ja, ich habe ja, wie man weiß, einen Job in der Justiz und bin nur im Ehrenamt Vorsitzender der GFF und mache mit Philipp hier den Podcast. Und ich kann ganz ehrlich sagen, also das ist einfach eine große Herausforderung, kognitiv, ja, verschiedene Projekte, die einem am Herzen liegen, gleichzeitig in der Luft zu halten. Und ich glaube, das, was AKK sich da jetzt quasi umgeschnallt hat, das ist nochmal eine ganz andere Liga, ja, als das, was ich so mache. Insofern, ich bin da wirklich, wirklich gespannt, ob das klappt. Ich meine, das hat wie immer zwei Seiten. Einerseits kann man sagen, Verteidigungspolitik wird jetzt quasi in der Union zur Chefsache, ja. Das kann man als eine Aufwertung der Truppe oder generell als eine Aufwertung des Sujets Verteidigungspolitik sehen. Die FDP sagt genau das Gegenteil, ne, also das ist eine Abwertung der Truppe, dass die jetzt quasi mit so einer Halbtagsministerin da irgendwie abgespeist werden. Ist also, ne, kann man eben, deswegen zweiständige Sache. Und was man auf jeden Fall, glaube ich, in den Blick nehmen muss, ist, dass die Lage der CDU aus meiner Sicht jedenfalls eigentlich die ganze Frau erfordern würde. Also man muss sehen, in der CDU gibt es mehr als genug zu tun. Die CDU ist jetzt mal hart formuliert zurzeit im Grunde so eine Art Offline-Partei, ja. Ja, politisch hat sie die Herausforderung der Digitalisierung bislang, glaube ich, nicht so wirklich überzeugend wahrgenommen. Stichwort Breitband, Ausbau, Mobilfunk, Urheberrecht, alles Themen, wo die Union teilweise, ja, oder vor allem wegen viel zu intensiven Kuschelns mit der Wirtschaft oder mit bestimmten Unternehmensinteressen einfach die Weichen 20 Jahre falsch gestellt hat. So ganz langsam, glaube ich, haben sie den Schuss gehört, jedenfalls beim Thema Breitband, Ausbau und Mobilfunk, beim Urheberrecht überhaupt nicht. Stichwort Artikel 13-Debatte. Also, wenn wir hatten, politisch gibt es bei der Union Baustellen ohne Ende. Aber auch, was so die eigene Kommunikation angeht, ist die CDU nach wie vor, glaube ich, nicht so ganz in der digitalen Welt angekommen. Wir hatten das Thema in der Lage schon ausführlich. Stichwort Rezo-Debatte, ja. Als Rezo sein Video mit der Vernichtung der Union ins Netz gestellt hat, fand ich, war die Reaktion, und zwar auch von AKK ganz persönlich, alles andere als souverän. Und insofern würde ich denken, allein das sind riesige Baustellen, wo es Führung, Stärke bräuchte, und zwar sowohl politisch als auch, was die eigene Organisation angeht. Und man kann sich halt einfach die Frage stellen, wird sie denn überhaupt die Zeit haben, um die Partei voranzubringen, wenn sie das ernst meinen mit dem Verteidigungsministerium? Ja, das ist ja die grundsätzliche Frage. Da muss man ihr mal eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob das andere auch schon mal hatten. Es gibt ja auch noch diese interessante Konstellation, dass sie als Vorsitzende der CDU ja quasi auf Augenhöhe mit der Bundeskanzlerin war. Jetzt ist sie quasi ein bisschen auch ihre Angestellte, indem sie da mit im Kabinett sitzt. Das ist ja auch nochmal eine interessante Dynamik. Man weiß es nicht genau. Also Tatsache ist, ich meine, sie wird sich bewusst sein, dass das ein hohes Risiko ist, was sie eingeht, dass sie da Ministerin von einem traditionell problemgeplagten Ministerium ist mit vielen Problemen, mit Gorch Fock, mit überteuerten Beschaffungsprojekten, mit dubiosen Beraterverträgen, wo jetzt ein Untersuchungsausschuss dran sitzt. Das ist nicht ihre Ursache, aber das erbt sie sicherlich so. Einige sagen dann, naja, um das so richtig an den Hacken zu kriegen, ist gar nicht mehr richtig viel Zeit, denn die Koalition gibt es ja maximal noch zwei Jahre. In der Zeit kann sie das gar nicht richtig erben, diese Probleme. Das finde ich nicht überzeugend. In dem Moment, wo sie die Verteidigungsministerin ist und vor irgendeinem Untersuchungsausschuss auch sagen muss, sind das ihre Probleme. Und die Frage ist halt, und das ist ja wahrscheinlich auch ein großer Teil ihrer Motivation, sie hat, denke ich, gemerkt, dass sie als CDU-Vorsitzende nicht die beste Figur gemacht hat und durchaus debattiert wurde, ob sie Kanzlerin kann. Und das Verteidigungsministerium, glaube ich, ist ihr nächster riskanter Versuch, Flucht nach vorn, um sich da zu positionieren für eine mögliche Merkel-Nachfolge. Also so würde ich das auch sehen. Als CDU-Vorsitzende hat sie wirklich glücklos agiert. Also man hat bislang nicht mitbekommen, dass sie jetzt intern irgendwelche, wie soll ich sagen, positiven Akzente gesetzt hätte. Dafür ist aber einiges richtig angebrannt, insbesondere in der Rezo-Debatte. Insofern bleibt es wirklich sehr, sehr spannend. Und ich sehe das genauso wie du, Philipp. Vermutlich ist dieser Wechsel an die Spitze des Verteidigungsministeriums einfach der Versuch, mit diesem Amtsprofil zu gewinnen. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Anders kann man sich das nicht erklären, denn eigentlich, sich diese beiden Jobs parallel aufzuhalten, ist ja extrem riskant. Ich glaube aber, Philipp, dass das durchaus klappen kann. Ich glaube, das Kalkül ist so blöd nicht. Denn bis du wirklich Mist gebaut hast, für den du persönlich verantwortlich bist, da geht eben doch ein bisschen Zeit ins Land. Ich glaube, das ist sehr geschickt, dass sie, wenn sie das gut macht, kann sie in den zwei Jahren ein paar Kasernen eröffnen. Sie kann schön mal nach Afghanistan fliegen und sich dann irgendwie in Fleckentarn mit irgendeinem bulligen Bundi ablichten lassen. Also, da kann sie eine ganze Menge für ihr persönliches Profil tun und das Risiko halte ich für überschaubar, dass es in zwei Jahren hochpoppt. Und ich meine, danach macht sie eh irgendwas anderes. Und sie hat ja schon oft riskante Schritte gemacht. Sie hat den Posten als Ministerpräsident eines Bundeslandes, des Saarlands aufgegeben, um in die Führung der Partei zu gehen. Ursprünglich als Generalsekretärin? Erstmal als Generalsekretärin und dann war sie ja Vorsitzende. Was muss man noch sagen, Respekt, ja, also das finde ich zum Beispiel wirklich eine sehr respektable persönliche Entscheidung zu sagen, ich gehe von dem Machtposten an der Spitze eines Bundeslandes weg. Auch relativ gemütlich, ja, muss man auch sagen. Relativ wahrscheinlich. Aber es ist schon was anderes als CDU-Vorsitzende zu sein, was den Stress und die Belastung angeht, glaube ich. Ja, also ich denke mal, also da habe ich großen Respekt vor ihrem Schritt, da CDU-Generalsekretärin zu werden vor einigen Monaten. Klar, und dieses jetzt hier, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, das ist ein bisschen was anderes. Bei diesem Posten in der CDU glaube ich, dass sie wirklich eine Reformagenda hatte. Da merkt man noch nicht viel davon, aber ich glaube schon, dass sie wirklich versuchen wollte, sich für die Partei zu engagieren und dadurch Statur zu gewinnen. Das hat jetzt noch nicht so richtig geklappt. Ich kann nicht erkennen, dass sie beim Verteidigungsministerium sowas wie eine Agenda hätte. Das ist nämlich das Problem, weil das bislang einfach nicht ihr Thema war. Es war nicht ihr Thema. Vielleicht hat sie keine Agenda, aber ich finde dieses Argument, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, die hat ja gar keine Ahnung davon, was will die auf dem Posten. Das finde ich nur so mittelmäßig überzeugend, weil das einfach Standard ist bei Ministern, Ministerinnen, dass sie in Ministerien kommen, in Jobs kommen, mit denen sie sich bisher nicht so beschäftigt haben. Die sind aber häufig, wenn sie gute Politiker sind, in der Lage, sich da einzuarbeiten. Und wenn sie gute Politiker und Politikerinnen sind, sind sie in der Lage, sich gut beraten zu lassen und dann Dinge eben auch durchzusetzen. Weil sie wissen, wie Politik funktioniert, wie Macht funktioniert und das ist ihr Kerngeschäft. Und der Inhalt, den können sie sich aneignen. Aber natürlich ist sie keine, wo man ernsthaft sagen kann, ach, die hat sich schon immer dafür interessiert und jetzt kommt sie endlich zur Truppe und die Soldaten und Soldatinnen können sich bei ihr aufgehoben fühlen und haben jetzt das Gefühl, endlich ist mal einer da, der sich um uns kümmert. Das ist richtig, Philipp. Auf der anderen Seite, ich bin wirklich ein bisschen gespannt, was sie da so macht und du hast natürlich recht, man muss auch nicht immer, also ich würde sagen, beim Justizministerium ist das ein bisschen was anderes. Also wenn man nicht wirklich Ahnung hat davon, wie Recht und Justiz funktionieren, ist man an der Spitze einfach falsch. Das haben wir auch schon deutlich gesagt. Das ist, glaube ich, ein Ministerium, wo es ganz ohne Sachkenntnis nicht geht. Aber klar, in vielen anderen Häusern mag man sich das aneignen können bei Verteidigung. Vermutlich geht das jedenfalls leichter. Auf der anderen Seite, und insofern bin ich einfach mal gespannt, wie sehr sie sich da jetzt einarbeiten kann und wie sehr es ihr gelingt, da Akzente zu setzen. Ich sage mal so, Baustellen gibt es genug und sie hat sicherlich einige Chancen, sich da zu profilieren. Die Erwartungen gehen jedenfalls gegen null. Ja, das muss man sagen. Also viel enttäuschen kann man da eigentlich nicht, sondern alles, was du machst, ist ein bisschen besser sein als die katastrophalen Erwartungen, die jeder damit verbindet mit dem Job. Ja, insofern stimmt, die Fallhöhe ist nicht so enorm. Es bleibt spannend, auf jeden Fall eine mutige Entscheidung und irgendwie habe ich Respekt davor. Ich bin gespannt, was passiert. Werbung. Ihr müsst dieses Jahr ja eure Einkommenssteuererklärung schon am 31. Juli eigentlich abgeben. Wenn euch das stresst, dann könnt ihr aber zur VLH gehen, zur Vereinigten Lohnsteuerhilfe. Hier gilt diese Frist nämlich nicht, sondern ihr habt Zeit bis Ende Februar 2020. Und die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, die gibt es nämlich schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile einer Million Mitgliedern. 3000 Beratungsstellen bundesweit und somit eben auch Berater in ganz eurer Nähe. Und die VLH ist somit eine prima Alternative, nämlich zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommenssteuererklärung geht. Denn die Kosten sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen eben abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden bei der VLH und die Aufnahmegebühr von 10 Euro, die gibt es für Lagerhörer und Hörerinnen erlassen. Wenn ihr bis zum 31.12. einen Beratungstermin erst vereinbart, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und dabei dann das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH jetzt gerade feiert, dass sie schon eine Million Mitglieder hat, könnt ihr auch was gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür machen müsst, das findet ihr unter dankevlh.de. Also mitmachen, das lohnt sich jetzt doppelt. Einmal als Mitglied der VLH und dann beim Gewinnspiel 2019 Euro Gewinn. Klickt einfach mal rein unter dankevlh.de. Werbung. Zu unserem nächsten Thema. Wir schauen uns die deutsche Universitätslandschaft an. In dieser Woche wurde die Entscheidung verkündet, dass es eine Reihe neuer sogenannter Exzellenzuniversitäten in Deutschland geben soll. An den ausgewählten Unis ist einerseits die Freude groß, andererseits kritisieren aber auch viele Studierende das Konzept der Exzellenzunis als verkappte Sparmaßnahme. Und was diese Entscheidung nun bedeutet, besprechen wir mit Armin Himmelrath, der ist Bildungsjournalist und derzeit beim Spiegel tätig. Herzlich willkommen in der Lage Nation, Armin Himmelrath. Hallo, Stachchen. Sag mal, was wurde denn da jetzt diese Woche beschlossen? Also, es war gewissermaßen die Endrunde eines Wettbewerbs, der schon vor längerer Zeit begonnen hat. Letztlich kann man sagen, die letzten zwei Jahre haben sich die beteiligten Unis mit diesem Thema beschäftigt. Und da geht es darum, dass Bund und Länder gemeinsam sagen, wir wollen in diesem Exzellenzwettbewerb die Unis fördern, die in bestimmten Bereichen besonders gut sind. Und von denen dann nochmal welche aussuchen, die als Gesamtunis besonders gut sind. Und diese Entscheidung in der Woche jetzt, das ging tatsächlich darum zu sagen, wer ist in dieser Endrunde um den Titel Exzellenzuniversität, wer ist da besonders gut, wer ist besonders vorne. Wir hatten 19 Bewerber im Rennen. Davon sollten es, so hatten das Bund und Länder verabredet, maximal elf Plätze als Eliteuniversitäten oder Exzellenzuniversitäten geben. Das heißt, wir wussten schon vorher, dass es mindestens acht Verlierer geben würde und so ist es dann auch gekommen. Und nach welchen Kriterien wurden da jetzt die Gewinner-Unis ausgewählt? Die Kriterien waren, das wurde jedenfalls von allen immer wieder betont, tatsächlich, ja, wie sagt man so, wissenschaftsnahe Kriterien oder wissenschaftsgeleitete Kriterien. Das heißt, es sollte wirklich nach Forschungsexzellenz ausgesucht werden und nicht irgendwie nach politischen Proports. Nicht danach, in welchem Bundesland vielleicht man doch auch noch eine Uni fördern möchte oder so, sondern es sollte wirklich um Wissenschaftskriterien gehen. Das Ganze war zweistufig angelegt. Im letzten Jahr, so von einem Dreivierteljahr rum, gab es schon eine erste Runde, in der mussten alle Unis, die jetzt auch dabei sein wollten, schon mal bezeigen und beweisen, dass sie eben so bestimmte Forschungsbereiche besonders gut beherrschen. Das waren diese Cluster, ja? Das sind die Cluster, genau, die mussten sie schon einreichen, beantragen und die mussten dann auch genehmigt werden. Und nur, wer mindestens auf zwei dieser Cluster kam, hatte überhaupt die Berechtigung, jetzt dann bei dieser letzten Runde in dieser Woche noch mit dabei zu sein. Wer hat denn jetzt gewonnen? Es sind insgesamt elf Unis, die gewonnen haben. Ich gehe mal so ein Uhrzeigersinn nach durch die Republik. Hamburg ist dabei zum ersten Mal. Die drei Berliner Unis sind dabei, die haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht, also zählen gewissermaßen als eine Elite-Uni zusammen. Dann ist Dresden mit dabei, wir haben die beiden Münchner Universitäten, Technische Uni und Ludwig-Maximilians-Universität. Konstanz ist dabei, Tübingen, Heidelberg und Karlsruhe und dann noch aus Nordrhein-Westfalen, Aachen und Bonn. Und das war's. Das sind die elf, die eben auf dem Siegerpodest stehen jetzt. Und um wie viel Geld geht es denn dabei jetzt eigentlich? Also ist diese Förderung als Exzellenz-Uni quasi eine völlig andere Finanzierung für eine Universität? Wie verhält sich das zu den normalen Etats, die die Universitäten zur Verfügung haben? Das ist tatsächlich etwas, was zusätzlich zu den normalen Etats kommt. Also die Unis haben ja erstmal ihre Grundfinanzierung, die, das muss man jetzt vielleicht schon mal sagen, auch sicher nicht ausreichend ist. Und das ist auch einer der Kritikpunkte an diesem Wettbewerb. Aber die läuft erstmal so. Und wer bei dem Exzellenzwettbewerb mitmacht, der ist dann tatsächlich in der Situation, dass er sagen kann, wenn ich da gewinne, wenn ich da die Forschungskluster hole und jetzt eben auch den Titel, da gibt es zusätzliches Geld. Insgesamt wird das für Cluster und titeltragende Unis pro Jahr mindestens 530 Millionen Euro sein. Wenn man das so verteilt, dann kann man das runterrechnen. Also eine Uni, die da gewinnt, wird so ungefähr knappe 15 Millionen pro Jahr für den Gesamttitel bekommen. Und dann pro Cluster eben auch nochmal ein paar Millionen. Und wenn man jetzt wie die Uni Bonn mit sechs Clustern im Rennen ist und eben den Titel holt, dann kann man da schon einen Etatzuwachs pro Jahr von 30 Millionen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr rausholen. Und das ist natürlich schon eine erhebliche Summe, wenn wir uns überlegen, dass die Unis natürlich ansonsten jetzt nicht wirklich unter Geldüberfluss leiden und dass die da schon ziemlich knapp gehalten werden an vielen Punkten. Freuen die sich natürlich sehr, wenn sie an dem Punkt sagen können, okay, hier können wir richtig Geld in die Forschung ballern. Das ist was, was sonst im normalen Tagesbetrieb ganz sicher so nicht möglich ist. Also du würdest sagen, das Geld, was sie da kriegen, damit kann man durchaus was wuppen. Wie funktioniert denn das genau? Was wuppen die denn damit? Ja, die mussten ja eigene Forschungskluster benennen, wo sie gut sind und die wurden dann auch beantragt und genehmigt. Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen liegen. Das muss sich auch gar nicht aufeinander beziehen. Also man kann an einer Uni durchaus Klimaforschung machen und physikalische Grundlagenforschung und vielleicht noch irgendwas gesellschaftswissenschaftliches. Das geht. Und jetzt müssen sie halt sehen, dass sie diese Konzepte umsetzen. In der Regel sind das Forschungsprojekte, die dort angesetzt werden oder Forschungsinstitute, die eingerichtet werden oder Labore. Dann müssen sie natürlich das Personal dafür finden. Die Hoffnung ist, dass eben durch die relativ gute finanzielle Ausstattung man eben in der Lage auch ist, bundesweit nicht nur die Leute zu finden, sondern tatsächlich international anwerben zu können und sagen zu können, hier, wir sind jetzt Elite-Uni Tübingen, wir haben ein bestimmtes Cluster, das ist besonders gut. Und sie hoffen dann eben wirklich die Forscherinnen und Forscher zu kriegen, die deutschlandweit, Entschuldigung, die tatsächlich international einfach Lust haben, in diesem Bereich zu forschen und da Energie reinzustecken. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, 500 Millionen pro Jahr oder 530 Millionen, die sich auf eine ganze Reihe von Unis in Deutschland verteilen, das ist natürlich im internationalen Maßstab ehrlicherweise immer noch ein Witz. Also die Summe, die zum Beispiel in Harvard ausgegeben wird oder an anderen Exzellenzuniversitäten, die weltweit anerkannt sind, die haben, also da kommt man mit 500 Millionen pro Jahr noch nicht mal hin, wenn man den Etatzuwachs bei denen sich anguckt. Von daher ist das sozusagen der, wenn man ein bisschen böse sein will, der nette Versuch, die Deutschen da ein bisschen in Richtung Weltspitze zu schieben, aber ob sie dort ankommen, das muss man tatsächlich erstmal noch abwarten. Noch eine Frage, es geht hier aber nur um Forschung, nicht um Lehre. Genau, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ja auch einer der Kritikpunkte an diesem Konzept, dass man sagt, hier wird Spitzenforschung gefördert und das ist wirklich was, was ganz oben in die obersten Etagen der Forschungsabteilungen geht und da merkt man im Uni-Alltag relativ wenig von. Und das ist richtig, so ist dieser Wettbewerb angelegt. Der geht nicht darauf, dass man in die Breite geht, dass man die Seminare besser ausstattet, dass vielleicht kleinere Seminare oder Lerngruppen geht oder die Studienbedingungen sich verbessern. Das kann irgendwie so ein Nebeneffekt sein, ist aber nicht Ziel dieses Wettbewerbs, das war es auch nie. Da sagt auch die Politik, also wenn diese Kritik kommt, da wird eben nur Spitze und nicht Breite gefördert. Da sagt die Politik und zwar sehr einhellig in Bund und Ländern, naja, wir haben für die anderen Bereiche, haben wir andere Förderprogramme. Also wenn es um Digitalisierung geht, haben wir eigene Förderprogramme. Wenn es um Qualität der Hochschullehre geht, gibt es eigene Förderprogramme für zusätzliche Studienplätze. Das alles wollen wir mit diesem Exzellenzwettbewerb tatsächlich nicht abbilden und nicht unterstützen, sondern da geht es um punktuelle Förderung an ganz, ganz wenigen Punkten, dafür aber zumindest aus Sicht der Universitäten doch deutlich massiv. Ja, die Studierendenvertretungen, gerade interessanterweise auch der Unis, die jetzt im Nachhinein gewonnen haben quasi bei diesem Wettbewerb, die Studierendenvertretung überzeugt das alles überhaupt nicht. Da gibt es also ganz massive Kritik, noch bevor bekannt gegeben wurde, wer denn da jetzt eigentlich gewonnen hat, haben sie eine Pressemitteilung rausgegeben, wie gesagt unterschrieben auch von vielen Studierendenvertretern von den später ausgewählten Unis. Und diese Kritik ist massiv. Da wird also vorgebracht, dass die Universitäten in Deutschland in der Breite unterfinanziert sind. Die Lehrveranstaltungen könnten nur durch kreative Umwidmung von Mitteln, also auf Deutsch mit Finanztricks rein, überhaupt noch finanziert werden. Gerade auch die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien häufig prekär beschäftigt. Und die Studierenden sagen, die Breite wird völlig vernachlässigt. Und diese Exzellenzinitiative führt im Grunde nur zu einem Zweiklassensystem. Sodass man fast im Ergebnis sagen kann, das ist eine Art Sparkonzept, man fördert so ein paar Leuchtturmprojekte und in der Breite geht die Unilandschaft den Bach runter. Also ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen, aber in diese Richtung geht diese Kritik. Was würdest du dazu sagen, ist das berechtigt oder schießen die Studis da übers Ziel hinaus? Also wenn man dem sozusagen ein Konzept unterstellt, dass mit diesem Wettbewerb die Unis ruiniert werden sollen und man trotzdem versucht so ein paar Leuchttürme hochzuhalten, ich glaube so weit führt das Konzept nicht. Aber die Kritik ist natürlich berechtigt, wenn es darum geht, dieses Geld, was da reinfließt, fließt eben nicht in die Breite. Das ist absolut korrekt und man kann sich das an einzelnen Unis mal anschauen. Uni Hamburg zum Beispiel, jetzt als Elite-Forschungsuniversität eben ausgezeichnet zum ersten Mal. Wenn man dort hingeht, da finden sich Seminarräume, die durchaus in einem baulichen Zustand sind, wo ich sagen würde, ach da könnte man schon noch mal renovieren. Mittlerweile ist es so klar, alle Studien sind mit Laptops unterwegs. Und es fängt damit an, dass längst nicht jeder Arbeitsplatz eine Steckdose hat. Und es ist auch nicht überall so eine richtig gute, stabile WLAN-Abdeckung da. Also solche kleineren Sachen aus Sicht der Studierenden sind das natürlich Riesenärgernisse. Und wenn man dann hört, okay, da fließen jetzt ein paar Millionen in irgendeinen Forschungsbereich, dem geht es dann richtig gut. Aber das ändert eben nichts im Hörsaal XY, der eben in einem Zustand ist, wie er vielleicht vor 20 Jahren mal modern war. Also da, glaube ich, ist diese Kritik berechtigt. Und ich finde einen weiteren Punkt extrem zutreffend, der da auch formuliert wurde, den du ja gerade auch genannt hast, der vor allem auch von den Gewerkschaften genannt wird, von der GEW zum Beispiel, die sagen, Mensch, wir wollen hier exzellente Forschung oder ihr wollt exzellente Forschung fördern an den Unis. Aber ihr lasst die Leute im Grunde gerade wissenschaftlichen Nachwuchs wirklich in prekärsten Arbeitsverhältnissen verharren. Also wenn wir uns den Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs angucken, dann sehen wir dort, dass neun von zehn, also wirklich 90 Prozent, über 90 Prozent der Leute in befristeten Arbeitsverhältnissen stecken an der Uni. Das ist natürlich keine Dauerperspektive. Das ist nichts, wo man sagen würde, boah, was für tolle Arbeitsbedingungen. Und da sagt die Gewerkschaft, also wenn wir hier so einen Wettbewerb haben und es soll wirklich um Spitzenleistung gehen, müssen wir zumindest dafür sorgen, dass auch auf der Arbeitsbeschäftigungsebene es ordentliche Arbeitsverhältnisse gibt und eben nicht so befristete. Von diesen 90 Prozent, die nämlich befristet sind, haben dann auch noch ungefähr die Hälfte oder ich glaube sogar über die Hälfte haben Arbeitsverträge, die unter einem Jahr laufen. Also das sind ja wirklich übelste Arbeitsbedingungen, muss man sagen. Und das zusammenzubringen, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Ausrede der Politik an der Stelle, dass sie dann sagt, wir haben für die anderen Probleme andere Förderprogramme. Aber das ist natürlich eine Generalkritik, die eigentlich berechtigt ist. Man muss dieses Hochschulsystem, das Unisystem eigentlich als Ganzes sehen. Und zu diesem Ganzen gehört auf der einen Seite sicher die Spitzenforschung, auf der anderen Seite aber auch die Studentin XY, die da im zweiten Semester sitzt und nicht weiß, wo sie ihren Laptop aufladen kann oder die sich darüber ärgert, dass die Seminare einfach zu voll sind und man irgendwie sich anmelden muss und dann gibt es trotzdem nur ein Verlosungsverfahren und ich habe, wenn ich Pech habe, dann muss ich ein Semester warten, bis ich überhaupt meine Seminare machen kann. Also diese Dinge zusammenzubringen, das ist eigentlich die große Herausforderung. Da kann sich der Bund jetzt relativ entspannt zurücklehnen und sagen, naja, Hochschulpolitik ist ja Ländersache. Ich glaube, die Länder haben das auch kapiert. Ich habe am Freitag mit Katharina Fegebank gesprochen, das ist die Wissenschaftssenatorin in Hamburg, eine grüne Politikerin, die einerseits natürlich bar nicht stolz darauf ist, dass die Uni Hamburg jetzt Elite ist und auf der anderen Seite sagt sie, wir dürfen genau diese Sachen nicht vergessen. Also sie muss jetzt im Grunde in der Landespolitik, wie ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen auch, diesen Spagat hinbekommen, zu sagen, wir kriegen beides hin. Wir kriegen eben diese Spitzenförderung hin außerhalb der Reihe, aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Unis ausreichend finanziert sind, ausreichend grundfinanziert sind, dass sie einfach schon mal normale Lehre in gutem, in ordentlichem Umfang und in ordentlicher Qualität anbieten können. Und wir haben nun mal einen Höchststand an Studierenden, 2,9 Millionen ungefähr im Moment. Das ist historisch die absolute Spitzenmarke. Da müssen sich die Unis und vor allem auch die Wissenschaftsministerinnen und Minister was einfallen lassen, um diese Leute eben nicht abzuhängen. Sag mal, jetzt ist ja bei dieser Runde die Förderung sozusagen unbefristet de facto gewährt worden. Da werden halt die Unis irgendwann mal überprüft, ob sie noch so gut sind wie früher. Aber wenn das der Fall ist, dann kriegen sie das Geld eigentlich weiter. Und diese Idee dieser Exzellenzförderung, die ist ja schon jetzt, was weiß ich, 14 Jahre alt, 2005 glaube ich zum ersten Mal. Genau, 2007 gab es die ersten Auszeichnungen. Fünf ins Leben gerufen, damals hieß das noch Exzellenzinitiative, jetzt heißt es Exzellenzstrategie. Aber da hat man ja jetzt ja schon mal, sagen wir mal, 12, 13 Jahre Bilanz, die man ziehen kann. Hat das denn unter dieser Perspektive, wir fördern die Spitzenforschung, wenigstens funktioniert? Ja, es hat relativ gut funktioniert, muss man sagen. Es gibt sozusagen drei Effekte, die dabei sind. Und der stärkste Effekt ist einer, den wahrscheinlich niemand so richtig auf der Liste hatte. Also der erste Effekt ist, das Image steigt natürlich. Also international wird da schon drauf geguckt. Es gibt andere Länder wie Österreich oder China zum Beispiel, die derzeit darüber nachdenken oder schon dran basteln, diese Exzellenzinitiative durchaus zu übernehmen. Und zu sagen, ach, da kommt man ja doch mit voran. Die Unis selber berichten auch, dass sie zum Beispiel angesprochen werden von Kooperationspartnern im Ausland, die das schon verfolgen und sagen, Mensch, ihr Bonner, ihr Tübinger, ihr Karlsruher, toll, dass ihr das da macht. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja super. Also das wird wahrgenommen in der Community. Zweiter Punkt ist natürlich das direkte Geld, was dann da hinfließt. Da freut sich jeder Kanzler drüber an der Uni und da freut sich jeder Rektor und jede Rektorin drüber, dass da einfach die Kohle da ist, mit der sie dann eben zusätzliche Forschungsprojekte anschieben können. Und der dritte Effekt, das ist der, den, glaube ich, niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Die Unis denken anders, also die denken jetzt mehr in Richtung Spitzenforschung und versuchen wohl auch so Strukturen aufzubauen, dass das hinkommen kann. Allein schon deshalb, um beim nächsten Antrag dann erfolgreich zu sein oder beim nächsten Wettbewerb, der ansteht. Und das ist so ein Effekt. Da passiert auch mehr als nur an diesen elf ausgezeichneten Unis, sondern im Grunde alle, die darüber nachdenken, ob sie denn bei diesem Elite-Wettbewerb mitmachen, fangen schon an, sich auch ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Also das Bewusstsein bestimmt sozusagen das Sein an dieser Stelle. Und diesen Effekt, den loben mittlerweile alle, weil sie sagen, das ist eigentlich die stärkste Veränderung, die wir spüren, ganz unabhängig davon, ob es jetzt ein paar Millionen mehr oder weniger gibt. Wir denken anders und orientieren uns tatsächlich mehr in die Spitze hin, wohlgemerkt bei diesen Forschungsbereichen, um die es da in der Förderung geht, nicht ganz generell. Und das jetzt auf die zwölf Jahre gesehen, ja, da hat sich schon was bewegt. Und andererseits ist das natürlich auch immer ein hochschulpolitisches Konzept, zu sagen, wir verteilen das Geld eben durch einen Wettbewerb und nicht sozusagen gerecht oder gleichmäßig oder wie auch immer. Sondern es geht um einen Wettbewerb und ein Wettbewerb hat immer Sieger und auch immer Verlierer. Und natürlich loben jetzt alle die Sieger und man guckt auf die, aber man muss eben auch gucken, was passiert mit denen, die da in diesen Wettbewerb reingegangen sind und da hat es dann nicht so richtig funktioniert. Manche nehmen das durchaus als Anschub und als Kraft. Das Karlsruher KIT, also Institut für Technologie, ist ein Beispiel. Die waren in der allerersten Runde 2007, 2008 waren die dabei, waren Elite-Uni, sind dann 2012 rausgefallen, großes Heulen und Wehklagen und haben es jetzt geschafft, wieder reinzukommen. Also da war das dann so nach dem Frust tatsächlich ein Ansporn, was zu tun. Sagt die Politik natürlich super Beispiel, zeigt doch genau, wie es funktionieren kann und dass dieser Wettbewerbsgedanke funktioniert. Wir haben aber ein anderes Beispiel aus Baden-Württemberg. Die Uni Freiburg war in der ersten Runde dabei, ist dann rausgefallen und ist jetzt auch wieder nicht genommen worden, obwohl sie in der Endrunde waren. Also haben wieder den Elite-Status verpasst. Ich kann mir vorstellen, dass da der Frust schon riesengroß ist und ganz, ganz tief sitzt und ob die nochmal Schwung kriegen, muss man abwarten. Ja, man muss ja auch bei diesem Wettbewerbsgedanken, bei diesem Streben danach, irgendwelchen Evaluierungskommissionen letztlich zu gefallen, muss man natürlich auch immer sehen, dass es da durchaus einen Eingriff gibt in die Freiheit der Forschung. Denn wenn ich meine Forschung darauf anlege, um so einen Cluster darauf hin zu optimieren, dass der hinterher in einem solchen Wettbewerb gewinnt, dann mache ich ja möglicherweise andere Dinge, als ich sie als Hochschullehrer machen würde, wenn ich völlig frei wäre in meiner Entscheidung. Das ist ja auch genau ein analoges Problem, jedenfalls aus meiner Sicht zur Drittmittelforschung, dass man eben dann möglicherweise nicht mehr einfach so forscht, wie man das gerne möchte, um des Erkenntnisgewinnes willen, sondern dass man forscht, um irgendwas zu machen, was sich dann irgendwie in einem Antrag sexy liest. Und da denke ich, geht schon auch ein bisschen was an Wissenschaftsfreiheit verloren. Aber ich wollte noch auf einen… Ja, aber vielleicht eine ganz kurze Bemerkung dazu, weil das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Letztlich ist das aber eine Situation, die Hochschullehrerinnen und Lehrer ja immer haben, weil in den aller, allerwenigsten Fällen können die sozusagen morgens ins Büro gehen oder in die Uni und sich überlegen, was sie denn machen wollen. Sie müssen eigentlich, also niemand von denen hat unbegrenzt Mittel zur Verfügung und kann einfach frei forschen. Die müssen immer sich orientieren an Förderprogrammen. Von daher gab es immer schon, das ist nichts Neues, eine politische Vorgabe, sei es von der DFG, die irgendwelche Förderprogramme ausschreibt, sei es von externen Geldanbietern, sei es von Ministerien, die Ressortforschung machen. Also eine Art von Vorgabe gab es immer. In diesem Wettbewerb wird das jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber das ist eigentlich, also wenn man es aus der inneren Logik raus sich anguckt, ist das eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung dessen, was wir immer schon haben, dass nämlich verlangt wird, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Grunde Drittmittel einwerben. Und hier wird halt dieser Einwerbeprozess einfach nochmal ein bisschen fokussiert und zugespitzt. Ist das wirklich immer schon so gewesen? Also ich weiß nicht, ich meine die Zeit, wo ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war an der Uni ist zugenommen, auch schon über ein Jahrzehnt her. Aber da erinnere ich mich eigentlich nicht, dass wir irgendwelche Anträge geschrieben haben, sondern da gab es eben einfach Mittel für den Lehrstuhl. Und da hat der Chef, bei dem ich damals gearbeitet habe, relativ frei die Agenda festgesetzt, was er spannend fand. Und das fand ich entsprach, ziemlich diesem humboldtschen Ideal, Forschung und Lehre eigenverantwortlich zu gestalten. Und ich weiß nicht, nach meiner Wahrnehmung war da die politische Einflussnahme deutlich geringer. Ist natürlich jetzt ein Beispiel von Tausenden. Ja, es ist halt die Frage, wie viel man da als Mitarbeiter auch mitbekommt tatsächlich. Also ich glaube, dass es das immer schon gab. Zum Beispiel, wir reden seit bestimmt 30 Jahren, also ich natürlich auch nicht, aber es wird seit 30 Jahren darüber geredet, über den Begriff der Ressortforschung. Also dass zum Beispiel Ministerien hergehen und sagen, Bundesforschungsministerium, keine Ahnung, wir legen ein Programm auf für den Bereich Energie. Energieforschung, Energieversorgung. Damit ist natürlich eine Festlegung getroffen. Und ich sag mal, Soziologen oder Historikerinnen sind da erstmal raus an der Stelle. Also diese Art von Verteilung gab es irgendwo immer schon. Das hat natürlich in den letzten Jahren zugenommen. Das stimmt, die Abhängigkeit von Drittmitteln hat zugenommen. Wir sind mittlerweile an einigen Hochschulen so weit, dass da so die Hälfte des Etats irgendwie aus Drittmitteln bestritten wird. Das ist natürlich dann tatsächlich schon nichts mehr, wo man sagen kann, die forschen frei und machen einfach, was sie wollen. Sondern die müssen sehr genau schauen, dass sie immer den Anforderungen der Geldgeber gerecht werden. Und das ist jetzt egal, ob das ein Ministerium ist, die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder eben auch ein externer Geldgeber. Sag mal zum Schluss nochmal der Aspekt, du hast es kurz schon mal angerissen. Aber Ziel ist ja auch dieser Exzellenzstrategie, Deutschland, deutsche Unis, zumindest einige in die internationalen Spitzengruppe vorzubringen. Und da müsste man sich natürlich immer, fallen immer so Stichworte wie Harvard und Stanford und Princeton und so. Wie stehen die da eigentlich da? Also etatmäßig hast du schon angedeutet, ist das, was da jetzt insgesamt für diese Unis ausgegeben wird, eher so das, was Harvard in einem Jahr an Budgetzuschuss bekommt. Aber trotzdem, wie stehen die deutschen Unis nach 13, 12, 13 Jahren Exzellenzinitiative denn jetzt da? Also mit Blick auf die Gesamtunis würde ich sagen, ja da gibt es natürlich kaum eine Chance mit diesen dann im Vergleich doch wieder relativ geringen Beträgen so weit aufzurücken, dass man sagt, okay die werden jetzt mit Harvard, Cambridge und MIT irgendwie immer in einer Reihe genannt oder so. Davon sind wir glaube ich weit weg. Was glaube ich ein bisschen funktioniert hat, ist, dass so einzelne Bereiche nach vorne gebracht werden. Einzelne Forschungskluster vielleicht sich wirklich weltweit so vernetzen können, dass an die dann auch in der internationalen Scientific Community immer relativ schnell gedacht wird. Es gibt natürlich Unis, an denen sich das ein bisschen stärker bündelt als an anderen. Wenn wir zum Beispiel nach München gucken, also die TU München oder auch die LMU gelten da schon als Highlights auch nochmal. Aber man muss dann wirklich immer wieder auf den einzelnen Forschungsbereich gucken. Und es kann dann eben sein, dass es in einem bestimmten Feld eine ganz andere Uni ist, die da weit vorne ist. Freiburg zum Beispiel ist bei internationalen juristischen Fragen sicher, ja tatsächlich spielen die weltweit in der ersten Liga mit, also bei internationalem Recht. Das ist aber dann so ein kleiner Bereich, da sind sie halt wahnsinnig gut, aber für den Exzellenzstatus in Deutschland reicht es halt trotzdem nicht. Das sind so, ja, so im Grunde, wie soll man das sagen, das ist so eine Situation, wo eben die Unis dann auch nicht als Gesamtes auftreten, wenn es um die internationale Sichtbarkeit geht und das auch nicht können. Also da ist dann nicht der Donnerhall wie bei Howard oder so der Ruf, sondern da heißt es dann, okay, die Freiburger Juristen sind halt top oder es sind halt die, keine Ahnung, die Wirtschaftswissenschaftler aus Mannheim oder Köln oder so. Also das bezieht sich dann eher auf so einzelne Fakultäten oder vielleicht auch innerhalb der Fakultäten sogar dann nur auf einzelne Institute oder sowas oder Teilbereiche des Fachs. Da sind die zum Teil schon sehr, sehr gut, aber wie gesagt, dass das jetzt international so ist, dass man sofort an die deutschen Unis denkt, also quasi an eine deutsche Ivy League oder sowas, davon sind wir wirklich noch weit entfernt. Ja, ganz herzlichen Dank Armin Himmelrath. Wir hatten ihn in der Lage zu Gast zum Thema Exzellenzstrategie, Exzellenzinitiative. Ist das eine gute Nachricht für die deutsche Hochschullandschaft? Vielen Dank, dass du Zeit hattest für ein Gespräch mit der Lage. Ich danke euch. Wir haben noch eine Meldung zu machen über ein Thema, über das wir in der Folge 141 ausführlich debattiert haben. Es geht nämlich um das Masernschutzgesetz, also um die verpflichtende Impfung gegen Masern. Die hat jetzt das Bundeskabinett beschlossen. Bundeskabinett heißt Ministerin, Ministerin, die Regierung. Jetzt muss es noch durch den Bundestag, also der Bundestag muss noch beschließen. Es sieht aber alles danach aus, Ulf, glaube ich, danach, dass das durchgeht. Und dann Gesetz wird geplant, da geplantes Inkrafttreten, wie das immer so heißt, ist der 1. März nächsten Jahres. Und wir wollen jetzt hier nicht nochmal das ganze Pro-Contra-Impfpflicht, Impfen debattieren. Da verweisen wir euch ganz höflich auf die Ausgabe Nummer 141. Den Link findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Aber wir dachten jetzt, da es halt wirklich wahrscheinlich ist, dass es kommt, hier nochmal kurz ein paar Eckpunkte, die jetzt wahrscheinlich gesetzt werden. Und zwar geht es einmal um die Pflicht einer Impfung. Also man muss eine Impfung gegen Masern nachweisen vor der Aufnahme in eine Kita, in eine Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen. Das gilt für Personen, die auch in diesen Einrichtungen arbeiten sollen. Es gilt für Personen, die in medizinischen Einrichtungen arbeiten wollen. Und es gilt auch für alle, die in Asylbewerber- oder Flüchtlingsunterkünften entweder arbeiten oder eben dort wohnen. Kinder, die zu diesem Zeitpunkt, wenn das Gesetz in Kraft tritt, schon in so einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden oder Personen, die da eben arbeiten, die müssen den Nachweis spätestens bis zum 31. Juli 2021 erbringen. Also die haben ein gutes Jahr Zeit, um sich impfen zu lassen und das eben nachzuweisen. Nicht geimpfte Kinder können vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Nicht geimpftes Personal darf in einer Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtung nicht arbeiten. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Leute mit medizinischen Kontraindikationen. Also darf nicht geimpft werden, weil irgendwas anderes Schlimmes passiert. Auch Leute, die vor 1970 geboren sind, müssen nicht geimpft werden. Und Personen, die die Krankheit, also Masern in dem Fall schon mal nachweisbar durchlitten haben, also Impfausweis oder Attest vorlegen können. Dann, wer also verstößt, für den gibt es bestimmte Sanktionen. Eltern, die ihre Kinder, sagen wir mal, in Gemeinschaftseinrichtungen betreuen lassen und nicht impfen lassen, die müssen mit Bußgeld von bis zu 2.500 Euro rechnen. Das ist schon mal eine Ansage. Das Buchgeld kann auch gegen Kindertagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen und bei sich aufnehmen. Außerdem kann das Bußgeld auch verhängt werden gegen nicht geimpftes Personal in diesen ganzen Einrichtungen, die ich genannt habe. Um diese Impfungen zu erleichtern, soll es halt einen Geldbetrag geben für Informationskampagnen und es soll auch Geld geben oder beziehungsweise eine Unterstützung geben für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit der verstärkt freiwillige Reihenimpfungen in Schulen durchführen kann. Da sollen die Krankenkassen verpflichtet werden, Vereinbarungen mit diesem öffentlichen Gesundheitsdienst einzugehen über die Erstattung der Kosten, damit das eben einfacher und billiger für alle von Stand geht. Genau. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das sind so die Eckpunkte, wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen das Thema bei Gesetzentwürfen, in welchem Stadium bespricht man das, aber das scheint jetzt in der Großen Koalition so weit abgestimmt zu sein und auch in der Opposition sogar breit mitgetragen zu werden, dass ich da jetzt nicht mehr mit größeren Debatten im Bundestag rechne. Philipp, was denkst du so, was die Bewertung angeht, wie gesagt, das Pro und Contra haben wir ja ausführlich diskutiert. Ich denke aber schon per Saldo kann man doch sagen, dass das ein gutes Gesetz ist. Also ich finde ja, wir haben die Risiken und Vorteile letztes Mal aufgefächert und auch nach Lektüre von anderen Interviews, wir haben da auch nochmal ein, zwei in die Shownotes geparkt, wo sich Kinderärzte äußern, die sagen, ja wir sind im Prinzip fürs Impfen, wir informieren unsere Leute und wollen die impfen, aber wir sind gegen eine Pflicht. Die Argumente überzeugen mich nicht, also die Vorteile überwiegen bei weitem das potenzielle Risiko und deswegen würde ich sagen, gut. Ja, also das Ding ist halt einfach, die Gefahren, die da genannt werden, sind eben so gering und die Chancen sind so groß und so überzeugend, dass ich finde, Politik muss das an dieser Stelle wagen oder es ist jedenfalls eine gute Idee. Man muss immer sehen, es ist eine Prognoseentscheidung, es ist eine Prognose, dass es eine gute Idee ist und dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen werden. Es ist nicht auszuschließen, das muss man dazu deutlich sagen, dass wir in 30 Jahren sagen, hat nicht geklappt. Es gibt jetzt zum Beispiel so esoterische Überlegungen, dass möglicherweise die Impfung alleine gar keine Immunität verleiht und es nur deswegen wirklich zu einer Immunität kommt, weil die Leute geimpft sind und dann aber noch mit Masernviren, also wilden Viren, gefährlichen Viren in Kontakt kommen und dann quasi ein zweites Mal so halb krank werden, aber nicht so richtig krank, weil sie ja schon geimpft sind und erst dann wirklich immun sind. Dann könnte man sagen, eine, deswegen sage ich esoterische These, das klingt erstmal total verrückt, aber es ist eben auch nicht völlig auszuschließen, dass dann tatsächlich alle geimpft sind und keiner mehr diese Zweitinfektion macht, an der er nicht krank wird, dass dann unterm Strich der Impfschutz sogar sinkt. Das ist alles nicht völlig auszuschließen, aber diese ganzen Ideen sind so esoterisch, dass man, denke ich, in der Politik mit guten Gründen sagen kann, das ist ein Versuch wert. Es kann sein, dass man in 30 Jahren sagt, hat nicht geklappt, aber ich denke, wir haben da in Deutschland einfach die Chance zu sagen, wir rotten die Masern de facto weitestgehend aus und dazu gibt es ja auch ein historisches Beispiel. Die Pocken zum Beispiel wurden ausgerottet, also die Weltgesundheitsorganisation WHO hat schon vor einigen Jahrzehnten die Pocken für offiziell ausgerottet erklärt und das muss man sehen. Ich meine, das ist eine Geißel der Menschheit gewesen, jahrhundertelang sind Menschen gestorben an den Pocken, sind massiv entstellt worden, als man die Pocken überlebt hat, war man ja Pockennarbik eben, das ganze Gesicht total zerfressen und so. Das ist ein einzigartiger Sieg der Wissenschaft über eine furchtbare Krankheit und klar, jetzt ist es keine globale Initiative, sondern erstmal nur eine deutsche Initiative. Natürlich kann man die Masern nicht weltweit ausrotten mit einer deutschen Initiative, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, ob man nicht Deutschland weitestgehend Masern frei bekommen kann, insofern stehe ich hinter diesem Gesetz. Wir blicken nochmal über den Teich, da müssen wir einen weiteren Tiefpunkt der politischen Kultur, nicht nur in den USA, sondern finde ich auch weltweit, zur Kenntnis nehmen. Donald Trump hat mal wieder getwittert und dabei vier demokratische Abgeordnete, Frauen beleidigt. Ich zitiere den Tweet wie folgt, soll ich das auf Englisch machen? Okay, das muss man nochmal kurz übersetzen. Also Trump hat geschrieben, es ist ja doch schon sehr interessant zu sehen, dass es vermeintlich fortschrittliche demokratische Abgeordnete gibt, die ursprünglich aus Ländern kommen, deren Regierungen eine komplette und totale Katastrophe sind. Die schlimmsten, korruptesten und inkompetentesten Regierungen irgendwo auf der Welt, wenn sie dann überhaupt eine funktionierende Regierung haben, so Trump auf Twitter. Warum gehen diese Frauen nicht zurück und helfen dabei, diese total kaputten und kriminalitätsverseuchteten Orte zu reparieren, aus denen sie gekommen sind? Dann können sie ja wiederkommen und uns zeigen, wie es geht. Dazu muss man sagen, drei der vier Frauen, die da angesprochen wurden, nicht namentlich, aber es ist schon sehr, sehr klar, wer da gemeint ist. Darüber gibt es, glaube ich, wenig Zweifel. Das sind Ocasio-Cortez aus New York, Ilhan Oman aus Minnesota, Rashida Talib aus Michigan und Ayana Presley aus Massachusetts. Drei von den Frauen sind in den USA geboren. Eine kam als Kind aus Somalia. Alle sind US-Bürger. Mit anderen Worten, dass in einem Einwanderungsland wie den Vereinigten Staaten Menschen, die teilweise persönlich einen Migrationshintergrund haben, aber inzwischen eingebürgert sind, teilweise nur einen familiären Migrationshintergrund haben, eben quasi direkt wieder auszubürgern verbal. Und so zu tun, als gehörten sie eigentlich woanders hin, das ist schon ein wirklich krasses Statement. Genau, Repräsentantenhaus, also die eine Kammer des Parlaments hat mit der demokratischen Mehrheit das als rassistische Beleidigung verurteilt. Vier Demokraten, vier Republikaner muss man sagen, haben zugestimmt. Einen Republikaner, ein Demokrat, hat ein Impeachment, also ein Amtsenthebungsverfahren beantragt, das wurde aber abgelehnt. Und hat auch keine Chance, irgendwie anders Realität zu werden. Trump hat dann nochmal nachgelegt und seine Tweets also verteidigt. Er sagt, viele Leute lieben das. Und er hat dann auch geduldet, dass bei so einem Wahlkampf auftritt seine Fans schreien, send them back, send them back, send them back. Schmeiß sie raus. Schmeiß sie raus, sendet sie zurück. Trump hat dann auf Nachfrage gesagt, ja, ich fand das auch nicht so gut und unterstützt das nicht. Und ich habe dann ja auch schnell angefangen weiterzureden, was nicht stimmt, wenn man sich das Video anguckt. Er hat das richtig genossen. Er hat das richtig genossen und es stehen lassen und er hat, glaube ich, 13 oder 14 Sekunden gewartet, bis das nächste kam. Also von Verurteilung keine Spur. Ja, und da muss man natürlich sagen, dass es gegenüber diesen vier Frauen eigentlich eine krasse Grenzüberschreitung, dass man halt ihnen letztlich das Amerikanerin-Sein abspricht, weil mutmaßlich, weil Donald Trump deren inhaltliche Positionierung nicht passt. Und natürlich, weil jedenfalls im Falle von Alexandria Ocasio-Cortez aus New York da möglicherweise auch einfach eine Konkurrentin um das Amt des Präsidenten heranwächst. Das ist also, das ist die eine Seite. Aber ich glaube, viel schlimmer ist eigentlich die dahinterstehende demokratische Verrohung oder die dahinterstehende Verrohung des Diskurses, der letztlich in einer Demokratie außerordentlich gefährlich ist. Naja, also es ist offensichtlich ein rassistisches Argument und es ist ein, sagen wir mal, ein Argument, mit dem sich Opfer von Rassismus andauernd alltäglich auseinandersetzen müssen. So nach dem Motto, ihr seht irgendwie nicht so aus wie ich, slash weißer Präsident, also gehört ihr irgendwie nicht hierher. Egal, ob ihr hier geboren seid, egal, ob ihr Staatsbürgerschaft habt, egal, ob ihr gewählt seid, ihr seht irgendwie nicht so aus, ihr habt irgendwie eine andere Hautfarbe als ich, ihr gehört hier irgendwie nicht daher. Ob jetzt Trumps Großvater aus Deutschland eingewandert ist in die Staaten, spielt keine Rolle, ausschlaggebend ist allein die Hautfarbe. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wie dieser Rassismus eigentlich funktioniert und was wir damit eigentlich zu tun haben. Aber vorher muss man natürlich noch sagen, wir haben 2020 Präsidentschaftswahlen. Genau. Und das ist, denke ich, auch der Hintergrund dieser Statements von Donald Trump. Man muss sich dabei immer vor Augen führen, wie das amerikanische Wahlsystem funktioniert. Der Präsident, die Präsidentin gegebenenfalls auch mal, wird ja nicht direkt gewählt, sondern es wird zunächst mal in allen 50 Bundesstaaten geschaut, wer da in den Präsidentschaftswahlen die Mehrheit bekommt. Und mit, glaube ich, einer Ausnahme ist es so, dass in den Bundesstaaten gilt, the winner takes it all. Das heißt mit anderen Worten, alle Wahlmänner oder Wahlfrauen oder quasi alle Stimmen in diesem Wahlkollegium gehen dann an denjenigen, der die Mehrheit im Bundesstaat errungen hat. Und das führt dazu, dass man durchaus Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, ohne eine Mehrheit in der Bevölkerung zu haben. Siehe Donald Trump. Siehe Donald Trump, der Hillary Clinton in der letzten Wahl unterliegen ist mit mehreren Millionen Stimmen. Drei Millionen, glaube ich. Genau. Der aber im sogenannten Electoral College, also in diesem Gremium der Wahlmänner und Wahlfrauen. Was dann letztendlich den Präsidenten bestimmt. Genau, da hatte er eben die Mehrheit. Und natürlich geht er jetzt sehr taktisch vor. Er überlegt sich natürlich jetzt ganz genau, wie schaffe ich das, dass ich 2020 bei der nächsten Wahl wiederum die Mehrheit in diesem Electoral College gewinne. Und dazu muss er eben nicht die Mehrheit der Bevölkerung gewinnen, sondern nur die gerade bestimmte wackelige Staaten gewinnen, die zwischen den beiden großen Parteien USA, Demokraten und Republikanern besonders umstritten sind. Also es gibt sehr viele Bundesstaaten, wo einfach klar ist, wer gewinnt. In Louisiana hat seit Menschengedenken kein Demokrat mehr gewonnen. Aber es gibt eben auch so ein paar Staaten, die wackeln. Florida allerdings war traditionell ein Swing State, ist inzwischen nach rechts gewandert. Wohl nach allem, was man sehen kann, kein Swing State mehr für die Demokraten kaum noch zu gewinnen. Das heißt, die wirklich wackeligen Staaten sind im sogenannten Rust Belt gelegen. Das sind ehemals industrialisierte Bundesstaaten der USA, vor allem so im Norden. Und die sind bis heute vor allem weiß. Das heißt, da gibt es sehr viele Weiße und auch sehr viele Weiße, denen es insbesondere ökonomisch sehr schlecht geht. Einfach, weil diese Staaten zu guten Teilen deindustrialisiert wurden. Also ganz viele Unternehmen haben da Pleite gemacht, was dann häufig zu Massenarbeitslosigkeit führte und zu einer schwierigen sozialen Situation. So, das heißt, man muss davon ausgehen, da gibt es viele weiße Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich jedenfalls sozioökonomisch mehr oder weniger als Loser fühlen. Und diese Menschen adressiert Donald Trump ganz gezielt. Diese Menschen sind sein Ticket für die zweite Amtszeit. Weil Florida ihm eh gehört. Weil Florida ihm inzwischen eh gehört. Diese Menschen adressiert, Florida war nämlich ein bisschen gefährlich, weil in Florida sehr viele Immigranten leben. Oder inzwischen amerikanische Leute mit Migrationshintergrund aus Lateinamerika. Deswegen war das ein bisschen gefährlich, gegen zum Beispiel Menschen aus Mexiko zu holzen. Aber das ist jetzt vorbei, weil Florida quasi republikanisches Stammland ist inzwischen. Kein Swing State mehr nach allen Umfragen. Und deswegen kann Donald Trump jetzt umso hemmungsloser die Weißen in den Swing States im Norden adressieren. Die sind sein Ticket für die zweite Amtszeit. Und man muss eins sehen. Er hat inhaltlich überhaupt nicht geliefert. Er hatte ihnen ja blühende Landschaften quasi versprochen. Er hätte so getan, als könnte er was tun für deren Arbeitsplätze, damit sie wieder auf die Beine kommen. Das hat er nicht getan. Da hat sich überhaupt gar nichts verbessert. Also kann er nicht darauf setzen zu sagen, Leute schaut mal, ich habe was für euch getan. Deswegen gibt es für ihn nur einen Weg, diese Menschen weiter an ihnen zu binden. Und das heißt polarisieren. Er muss diese Weißen mit Fanatismus und Rassismus so aufhetzen, dass sie eben nicht für Demokraten stimmen, sondern für ihn. Und ich denke, das ist sein Kalkül. Und das kann man an diesen Äußerungen ganz wunderbar ablesen. Genau, also erschwerend kommt hinzu, dass die Demokraten halt momentan noch keinen überzeugenden Kandidaten, Kandidatinnen haben. Bundeskanzlerin Merkel hat sich von Trump distanziert und gesagt, sie distanziere sich entschieden und zeige sich solidarisch mit den allregierten Frauen. Mir kam da aber ein anderer Gedanke. Also was heißt ein anderer Gedanke? Aber eine Geschichte, die ich immer schon mal hier euch ins Ohr werfen wollte, weil es ja bei diesen Männern und Frauen, von denen du gesprochen hast und die, die Trump adressiert, letztlich um rassistische Impulse geht. Also er spricht, das sagt man immer so, aber ich finde das auch richtig, er spricht rassistische Instinkte an und Ängste. Und wie bei vielen ist diese Rassismusdiskussion immer, ja es gibt diese Leute, die sind durch solche rassistischen Tiraden anzusprechen, aber betrifft ja nicht mich. Und da glaube ich, ist es wichtig mal einen Punkt zu machen und euch auch einen kleinen Literaturtipp hinzuweisen. Also, ich hatte neulich das Erlebnis, dass ich in Leipzig am Bahnhof stand und da war ein Geldautomat und ich wartete also auf, dass dieser Geldautomat frei wird, weil ich da ran wollte. Um diesen Geldautomat standen drei schwarze Männer. Frage war natürlich, warum stehen drei schwarze Männer um diesen Geldautomat? Meine ersten drei Gedanken in dieser Reihenfolge waren, die brechen ihn auf, die wollen ihre Sozialkohle abholen, die haben keine Ahnung, wie der Bankautomat funktioniert. Die sind so doof, denn sie bedienen auf Deutsch, ja? Fußnote, ich bin dann hingekommen und habe es geschafft, viermal, viermal meine EC-Karte falsch in diesen Automaten zu stellen. Fußnote, anyway. Aber da war ich über mich selber erschrocken. Ich stand da und dachte, alter Schwede, ich würde sagen, ich bin kein Rassist. Aber diese Gedanken und diese Vorurteile, die es ja im wahrsten Sinne des Wortes sind, ich verurteile, ich kenne sie nicht, ich weiß gar nichts. Ich sehe nur, ich sehe nur ihre Hautfarbe und ich sehe nur, dass sie zu dritt am Automaten stehen. Und das sind meine ersten Gedanken. Wenn ich drüber nachdenke, merke ich, werde ich mir bewusst, komme zu anderen, kann das rationalisieren. Aber das sind im Sinne klassische Vorurteile. Ich habe ein Urteil, bevor ich auch nur einmal drüber nachgedacht habe. Und ich war überschrocken über mich selber und habe dann halt angefangen, darüber nachzudenken, aber eben auch gemerkt, wie unglaublich geprägt wir von allem Möglichen sind. Und habe dann auch bei so einem Treffen neulich mal mit so einer anderen Podcasterin gesprochen und der auch diese Episode erzählt. Und die hat mir dann einen Buchhinweis gegeben, Exit Racism, kann man mal ganz dringend empfehlen, habe ich jetzt auch gelesen, Tupoca Ogete heißt die Frau. Ich hoffe, ihr sprecht das richtig aus. Exit Racism verlinken wir auch. Und diese Podcasterin, Namen habe ich leider vergessen, aber Podcasts verlinken wir auch, sagte halt, naja, völlig klar, es ist halt keine individuelle Schuld, die wir uns da alle aufladen. Und viele haben solche rassistischen Impulse und Gedanken und Vorurteile. Und da musste ich halt an ein Interview auch denken, was Alex Blumberg gegeben hat, Chef von Gimlitz und Podcast Label. Und der sagte irgendwann mal, naja, wenn ich sage, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, sagt er, ist das kein politisches Statement, es ist ein Fakt. Und da habe ich damals gedacht, wow, das ist aber, da lehnt sie dich aber echt weit aus dem Fenster. Und ich würde sagen, nach der Lektüre dieses Buches, an dem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, doch, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich leben wir in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist und wo wir als Weiße uns so an Privilegien gewöhnt haben und so auch geprägt sind durch 300, 400 Jahre rassistische Politik, rassistische Gesellschaftsstrukturen, dass selbst Leute wie ich, der sagen würde, ich bin durchschnittlich informiert, ich glaube, ich bin kein Rassist und trotzdem stehe ich da und halte drei Leute für Verbrecher, nur weil sie schwarze Haut haben. Ja, und ich finde das so interessant, dass du das so schilderst, Philipp, weil ich natürlich ähnliche Situationen auch kenne, dass man irgendwie, wie du sagst, Menschen mit, die offen, die jetzt eben nicht so dem klassischen weißen Klischee-Menschen entsprechen, dass man da eben spontan verunsichert ist, sich fragt, was machen die denn jetzt, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwie an der U-Bahn-Haltestelle vorbeiläuft irgendwie und dann sitzen die da irgendwie auf der Bank und gucken einen an, da werde ich auch nervös, spontan, wo ich eben nicht nervös würde, wenn da jetzt irgendwie drei weiße Jugendliche säßen. Und da muss man natürlich sagen, das ist, ich glaube, dass es einfach ein Stück weit entweder quasi wirklich eine menschliche Konstante ist, dass man einfach spontan eher Angst hat vor dem, was anders ist, was fremd ist. Ich glaube, das ist, was zugrunde liegt. Und das Zweite ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass es eben einfach eine mehrere hundert Jahre alte rassistische Prägung gibt, wo einfach Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder ganz allgemein Menschen mit anderem ethnischen Hintergrund in der Tendenz negative Eigenschaften zugesprochen wurden. Ich glaube, da überlagert sich Zweiteiland. Die Angst vor dem Fremden überlagert sich mit Rassismus im engeren Sinne. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach nur, dass man sich das ganz bewusst macht und dass man diese Gedanken, diese Reflexe einfach zunächst mal als etwas annimmt, was einfach vermutlich die allermeisten Menschen irgendwie kennen und in sich tragen und was man auch selber einfach spürt. Das heißt ja nicht, dass das richtig und gut ist, aber ich finde es erst mal wichtig, dass man das nicht verdrängt, sondern dass man einfach sieht, diese rassistischen Impulse, die stecken einfach in den meisten Menschen drin. Das ist, glaube ich, einfach so. Und die Frage ist, wie geht man damit um und wie kontert man die? Genau. Und ich glaube, also wenn wir uns einig sind, dass das kein haltbarer Zustand ist und dass wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, die so gestrickt ist, dass sie vielleicht nicht rational, aber schon in den Vorurteilen davon ausgeht, dass es eben unterschiedliche Rassen gibt, dass die unterschiedlich hierarchisiert sind, dass Weiße eben so tendenziell, naja, ein bisschen mehr Privilegien haben als Leute, die nicht weiß sind oder keine weiße Hautfarbe haben. Wenn wir uns damit nicht abfinden wollen, dann ist der erste Schritt, uns zu diesen Vorurteilen und Impulsen zu bekennen. Ich glaube, man muss sich nicht schuldig fühlen. Ich fühle mich nicht schuldig. Aber ich bin erschrocken über mich und ich denke, dass es kein Zustand, der haltbar ist. Und was ich spüre, ist so eine Art Verantwortung. Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zu sagen, okay, das ist so, aber ich kann das jetzt nicht beiseite schieben oder mich beleidigt in die Ecke stellen und sagen, ja, aber ich habe doch Ostafrika nie erobert. Und ich bin doch kein Nazi. Und ich bin doch kein Nazi, sondern diese Impulse sind da. Und der nächste Schritt ist, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, das ist so, woher kommt das? Wie trage ich das vielleicht weiter? Wie gehe ich mit meiner Sprache um? Und darüber mal anzufangen, nachzudenken, was macht das zum Beispiel auch mit den Leuten, die nicht so aussehen wie ich? Also zum Beispiel hat mir aus dem Freundeskreis jemand auch einen Pfeil skizziert, wo eine Frau so mehr oder weniger selbstverständlich irgendwie zur Arbeit kam und sagte, ja, ja, ich habe übrigens fast eben Großalarm bei der Polizei wahrscheinlich ausgelöst. Und ich habe gefragt, wieso denn? Ja, ja, da stand so ein Pakistani auf dem Grünstreifen, hat mehrere Ampelfasen ausgelassen und hatte ein Handy und einen Rucksack und dann habe ich Polizei gerufen. So, da kannst du nur sagen, ich möchte nicht in der Haut dieser Person stecken. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und das finde ich auch ein, sagen wir mal, ein wichtiges Instrument, um sich diesem Phänomen zu nähern, mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Wie ist das, zu leben, vielleicht mit einer nicht weißen Haut in Deutschland? Was haben wir da so aufgeschrieben? Seite 72 oder was? Oder 65? Wo sie quasi mal die Privilegien auflistet, die du hast, weil du eine weiße Hautfarbe hast. Das ist irgendwie 68. Ich lese da mal noch ein bisschen was vor. Da schliste dir das auf, ne? Die Liste der Privilegien. Ich kann mir sicher sein, dass meine Meinung in einer Gruppe, in der ich die einzige Person mit einer anderen Hautfarbe bin, ernst genommen wird als weiße. Ich kann es einrichten, wenn ich möchte, dass ich die meiste Zeit mit Menschen meiner Hautfarbe zusammen bin. Wenn ich in einer Wohnung eine Arbeitsstelle suche, stellt meine Weißsein dabei kein Hindernis dar. Und ich finde, ich habe es nicht gezählt, es sind bestimmt 50, die Liste ist bestimmt 50 lang. Einträge da, ja. Wenn mein Tag, meine Woche oder mein Jahr schlecht verlaufen, muss ich mich nicht mit der negativen Episode oder Situation fragen, ob dies eine rassistische Situation ist. Also ich finde, diese Frage ist nicht, wo erlebe ich Privilegien, sondern zu gucken, wo mein Weißsein mich nicht an bestimmten Dingen hindert. Denn das Nicht-Weißsein hindert dich ganz oft an diesen Dingen oder stellt dich vor Probleme. Arbeitssuche, du wirst dauernd gefragt, wo kommst du denn eigentlich her? Gar nicht negativ, das ist auch so ein Punkt. Die Intention solcher, wie sie das nennt, Mikroaggressionen heißt das. Du wirst gefragt, wo kommst du denn eigentlich her? Ja, nee, ich meine nicht aus Köln, aber so eigentlich, so deine Eltern. Das signalisiert immer, irgendwie gehörst du nicht dazu. Und da schließt sich der Kreis zu Trump. Weißt du, wenn du mit diesen Mikroaggressionen konfrontiert wirst, hast du immer das Gefühl, oh, du sprichst ja gut Deutsch. Da ist nämlich die Erwartungshaltung, dass du ja wohl nicht gut Deutsch sprichst. Nee, weil du gehörst ja irgendwie nicht hierher. Und dafür, dass du nicht hierher gehörst, sprichst du aber ganz gut Deutsch. Und sich darüber Gedanken zu machen, und sie schildert über die Sprache, sie sagt natürlich, kann man das, wenn man anfängt, über Sprache nachzudenken und die Macht der Sprache von, ist schnell von Sprachdiktatur und Sprachpolizei die Rede. Und da finde ich auch den Ansatz, den sie da vorschlägt, ist auch überzeugend zu sagen, okay, in was für einer Gesellschaft will ich leben? Will ich, dass Leute von dem, wie ich meine Sprache gebrauche, beleidigt, eingeschüchtert sind und sich fremd fühlen? Wenn ich das nicht will, wenn ich das nicht will, dann ist es vielleicht sinnvoll und angemacht und an der Zeit, mal darüber nachzudenken, wie ich meine Sprache gebrauche. Und wenn andere melden, du, von dieser Sprache fühle ich mich beleidigt, ausgegrenzt, dann zu sagen, okay, muss ich das so sagen? Was hat es für Kosten, wenn ich es einfach anders formuliere? Und ich finde, ich habe das Gefühl, wenn man sich so diesen Phänomen nähert, können wir dazu beitragen, zu einer gleicheren Gesellschaft zu kommen, wo sich weniger Leute ausgegrenzt fühlen. Ja, und ich glaube, das ist einfach die persönliche Verantwortung, die letztlich jeder trifft aus. Und zwar, man kann nichts für seine Gefühle und Impulse, jedenfalls nicht kurzfristig. Ich glaube, wenn man sich damit aktiv auseinandersetzt, wenn man sich das bewusst macht, dann können sich auch Impulse ändern und Gefühle ändern. Aber zunächst mal kann man ja nichts für seine Gefühle. Aber man kann was dafür, ob man denen quasi freien Lauf lässt, ob man die unmittelbar übersetzt in sein Handeln. Und Sprache. Ja, und in sein Handeln und seine Sprache. Sprache ist ja ein Beispiel dafür, wie man sich verhält. Dafür trägt man Verantwortung. Und seine Gefühle, wie gesagt, primär, glaube ich, muss man einfach annehmen, auch wenn sie quasi falsch und böse sind. Wie eben diese Vorurteile, von denen du gesprochen hast, die ich ja auch selber sehr gut kenne. Aber man muss dann für diese Gefühle Verantwortung übernehmen, denke ich, halte ich für ein ethisches Gebot. Und man muss dann eben diese Gefühle ganz bewusst eben nicht umsetzen, sondern im Gegenteil sich klar machen, nein, meine Gefühle belügen mich. Ja, das muss man sich einfach klar machen. Gefühle sind ja nicht immer wahr. Das kennt ja jeder irgendwie, der schon mal versucht hat, eine Beziehung mit einem anderen Menschen zu führen. Wie oft man sich da missversteht, wie oft man dem anderen einfach auch Unrecht tut, einfach quasi einfach von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und genauso verhält es sich, glaube ich, auch mit so rassistischen Impulsen. Die muss man durch den Einsatz von Grips bewusst brechen und darf sie nicht zum Maßstab seines Handelns machen. Und da zum Beispiel fließt jetzt auch so ein bisschen der Kreis auch quasi zum Feedback zur letzten Folge. Wir haben ja, wir werben ja immer sehr viel Kommentar. Und es war in dieser Woche wirklich interessant zu sehen in den Kommentaren, wie fanatisch, anders kann ich es gar nicht bezeichnen, manche Kommentatoren, jedenfalls der Selbstbezeichnung nach Männer, versucht haben, daran festzuhalten, dass Seenotrettung eigentlich böse ist. Da wurde dann immer so ein bisschen differenziert. Natürlich wollen wir nicht, dass Menschen ertrinken, aber Seenotrettung ist doch ein Problem. Die bringt doch die Menschen überhaupt erst dazu, nach Deutschland zu flüchten. Und deswegen sollten wir das eigentlich nicht tolerieren. Und das fand ich total krass, weil ich glaube, dass das letztlich genau auf diesem rassistischen Impuls beruht. Die kommen hier alle hin und ich habe davor Angst. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass die hier hinkommen. Ich will, dass die wegbleiben. Und da finde ich, wie gesagt, dieser Impuls zu sagen, ich will die hier alle nicht haben, finde ich total verständlich irgendwie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt persönlich auch kein Rieseninteresse daran, an Migration. Ich finde auch, es gibt gute Gründe dafür, aber ich muss jetzt hier auch nicht in großer Zahl Menschen aus Afrika in Deutschland haben. Ich habe persönlich kein gesteigertes Interesse daran. Aber ich finde, man muss doch einfach versuchen, da einen nicht rassistischen Umgang damit zu haben. Migration ist einfach eine Tatsache. Und Menschen, die sich auf die Reise machen, denen kann man doch nicht den Tod wünschen. Ja, nur weil man es politisch für problematisch hält, wenn die nach Europa kommt. Ja, also ich halte das auch unterm Strich, glaube ich, so ein bisschen wie Schule. Kurzfristig vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich glaube schon, dass Migration bei uns langfristig auch durchaus unterm Strich einen positiven Effekt hat. Aber so funktionieren halt auch Vorurteile. Das beschreibt sie auch in dem Bult. Das ist natürlich einerseits eine Erleichterung unseres Gehirns ist, wenn du nicht über alles nachdenkst. Eine Komplexitätsreduktion. Genau, was in deiner Umwelt passiert. Sondern du musst nicht alles rational verarbeiten. Das spart Energie. Das führt aber oft zu diesen Vorurteilen oder Kurzschlüssen, dass du aus dem Verhalten einer Person Rückschlüsse schließt auf die ganze Gruppe, der du diese Person zuordnest. Und dann wieder das Verhalten, was du dieser Gruppe zuschreibst, auf eine dritte Person überträgst. Also Stichwort, was weiß ich, Kölner Silvesternacht. Einige Nordafrikaner vergreifen sich an Frauen. Allo sind alle Nordafrikaner entsprechend übergriffig gegen Frauen. Also ist auch mein Nachbar, steht zumindest unter dem Verdacht, der aus Nordafrika kommt, übergriffig gegen Frauen zu sein. Das sind klassische Mechanismen der Vorurteile. Und dessen muss man sich bewusst werden. Und ich finde, und zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, was ich auch noch ganz interessant fand, war, weil wir das ja auch manchmal gesagt haben, wir haben manchmal von Farbigen gesprochen. Das findet sie, das disqualifiziert sie in dem Buch als rassistisch, weil es eben, sagen wir mal, diese Andersartigkeit manifestiert. Man ist halt nicht weiß, sondern farbig. Die Selbstbezeichnung, die sie wählt, also sie ist auch Vater eines Mannes aus Tansania und einer Deutschen, ist aber hier in Deutschland geboren. Also die Autorin selber für sich will, ist schwarz. Allerdings sagt sie großgeschrieben, weil sie das als politische Bezeichnung verstehen will. Nicht als biologische, im Sinne von anderer Hautfarbe, sondern Ausdruck, sagen wir mal, von Gemeinsamkeiten, die durch Rassismus entstanden sind. Also du, das ist eine politische Selbstbezeichnung, die sagt, ich empfinde mich, bezeichne mich als schwarz, weil ich Objekt und Opfer von rassistischen Gesellschaftsstrukturen bin. Also da stehen eine Menge Sachen drin. Und ich finde den Ton, in dem das Buch auch geschrieben ist, sehr angenehm, weil es wirklich so ein Handbuch ist. Anweise nicht vorwurfsvoll, sondern erklärt auch ein bisschen, wie Rassismus entstanden ist. Sie definiert das so ein bisschen als Legitimation von wirtschaftlicher Ausbeutung. Also Industriestaaten oder Europa, Europäer sind halt nach Afrika, aber auch in andere Staaten gezogen, um dort einfach Geld zu machen und Leute auszubeuten und Sklaven zu gewinnen. Und um das dann irgendwann mal vor sich selber auch zu legitimieren, wurde halt so eine rassistische Theorie entwickelt, dass es halt Menschen gibt, die ein bisschen mehr wert sind, Weiße und der Rest, der halt irgendwie danach kommt und somit Ausbeutung auch legitimiert ist. Also da stehen so ein paar Sachen drin, finde ich, sehr lohnenswert, ist nicht dick, kann man relativ schnell lesen. Aber es, finde ich, hilft bei diesem ersten Schritt, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und ich glaube, wenn man einfach liest, dass es vielen Menschen so geht, deswegen sprechen wir das auch offen so an, wenn man einfach sie liest oder auch jetzt so hört, dass es vielen Menschen so geht, dass man diese rassistischen Impulse hat, dann verdrängt man das auch nicht mehr so. Das ist natürlich schon auch irgendwie, das will man ja eigentlich nicht. Also ich glaube, die allermeisten Menschen, jedenfalls unter unseren Hörerinnen und Hörern, wollen natürlich eigentlich keine Rassisten sein und wollen auch keine rassistischen Impulse in sich spüren. Aber genau damit verdrängt man das und geht das Thema nicht offensiv an. Ich glaube, das Erste ist wirklich, dass man sich das eingesteht, dass die allermeisten Menschen, die sich das eben noch nicht genau überlegt haben, solche Impulse kennen. Und das ist auch nicht schlimm, das ist natürlich auch nicht schön, aber das ist irgendwie zutiefst menschlich. Die Frage ist, wie geht man damit um und schafft man es, diese Impulse quasi zu besiegen? Ja, durch Einsatz seines Verstandes und seiner Vorstellungskraft. Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen der Appell, dass man sich diesem Impuls stellt. Genau, und ich muss noch nachtragen zum Schluss. Der Podcast heißt Feuer und Brot und ich bin mir nicht ganz sicher, mit wem ich gesprochen habe, Alice oder Maxi, bitte um Entschuldigung. Entschuldigung, aber daher kam der Impuls, auch mal dieses Buch zur Hand zu nehmen. Ja, bin mal gespannt auf euer Feedback, aber ich kann euch nur empfehlen, das ist ein guter Startpunkt, sich mit euren Vorurteilen und unserer Gesellschaftsstruktur mal auseinanderzusetzen im Sinne einer besseren Welt. In diesem Sinne würde ich denken, Philipp, ist die Lage der Nation abschließend und umfassend erörtert. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare zu dieser Folge unter lagedernation.org. Da auch gerne Themenwünsche. Am besten wirklich alles in die Kommentare. Dann gibt es nämlich gleich schon Feedback von anderen Leuten, ob sie das auch spannend finden. Dann können wir das ein bisschen einschätzen. Und wenn ihr uns mal live sehen wollt und auch mit uns persönlich ins Gespräch kommen wollt, freuen wir uns, euch zu sehen bei der Lage live in Hamburg am 31. August. Wie gesagt, gibt nur noch relativ wenig Tickets. Wenn ihr Interesse habt, am Samstag den 31. dabei zu sein, klickt euch schnell ein, zwei, drei Tickets unter lage.live. In diesem Sinne, bis bald. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschau.